Wie viel hast du denn noch in deinem Fässchen? Lass mal fühlen. Also dreiviertel bestimmt. Geil. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Hots. Es ist Juli, es ist warm, es ist Cantina-Zeit, würde ich sagen. Hi Phil, hi Hauke. Hallo Piggy. Herzlich willkommen bei den Geißelnorts. Ja, Phil ist auch mit dabei. Das ist schön. Hallo Phil. Hey Jungs, ganz ehrlich, Cantina. Unsere letzte Cantina-Folge ist schon, ich weiß nicht wie lange her. Und ich glaube, es gibt so viel zu besprechen. So viele Themen, so viele Themen. Und wir haben gedacht von wegen so, wir präsentieren euch da draußen nochmal eine vollgepackte Cantina-Folge. Mit allem Hobby-Stuff, den wir so in den letzten Wochen erlebt haben und was da auch noch kommen wird. Weil wir gehen ja auch in die Sommerpause in die Wohlverdiente. Darf man ja nicht so einfach mal so unter den Teppich kehren. Sondern wir machen jetzt Cantina-Folge. Dann haben wir noch wirklich zwei geile Extras für euch, die noch nach der Cantina-Folge mit Sicherheit noch kommen. Also haltet die Augen in eurem Podcatcher offen. Jungs, wie geht's euch? Alles gut? Mir schaut die Sonne aus dem Po. Ich habe den Hobby-mäßigen Boden-Nullpunkt erreicht. Mir ist alles egal. Der Siebenjährige ist mit der Kinderfeuerwehr im Zeltlager. Die Ehefrau liegt auf der Terrasse im Bikini und trinkt Cocktails. Ich habe mir, kein Wels, ein Kronbacher 5-Liter-Fass mit CO2-Betrieb auf den Schreibtisch gestellt. Ich trinke jetzt eiskaltes Bier bei der Aufnahme. Mir ist alles egal. Ich bin heiß wie Frittenfert. Ich habe Bock. Oh, ist das geil, ey. Guck mal hier. Wie kann man eigentlich Kinderfeuerwehr, Frau im Bikini mit Cocktails und 5-Liter-Fass-Krombacher mit CO2-Eisgekühlt auf dem Schreibtisch, wie kann man das in einer Geschichte quasi unterbringen? Das ist großartig. Es ist, ja, es ist Cantina. Es ist Cantina und dort werden wir über Dinge, genau solche Dinge werden wir reden. Phil, du warst noch gerade eben beim Ikea. Ja, ja, noch einen Großeinkauf gemacht und jetzt auch eine Glasvitrine mitgebracht, damit ich auch mal meine ganzen angemalten Figuren da irgendwie mal reinklöppeln kann, dass sie da auch mal schön präsentiert im Wohnzimmer stehen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Der Aufbau wird dann wahrscheinlich nach der Aufnahme hier irgendwie stattfinden. 0,5 Liter Döschen quasi, Citrusbier am Start, damit ich auch ein bisschen mithalten kann hier mit dem lieben Hauke. Das ist mein neues Sommergetränk quasi. Und ansonsten bin ich noch heiß in der Vorbereitung auf nächsten Samstag und habe alle Hände voll zu tun. Da sprichst du gerade ein wunderbares Thema an und ich glaube, lass uns doch mal eben schnell kurz Werbung machen. Was findet denn nächsten Samstag statt? Also am 15. Juli, da seid ihr alle herzlich nach Bergedorf eingeladen und zwar in das Café Flop. Das ist die Location, an der die Tabletop-Freibeuter aus Hamburg ihren Club haben. Und zwar findet da das diesjährige Sommerfest der Freibeuter statt. Und im Endeffekt ist das eine Kombination aus Sommerfest, also da ist sozusagen, sind auch Familien herzlich eingeladen. Das ist jetzt nicht nur ein reiner Hobbyistentreff, sag ich mal, sondern schon mehr oder weniger auch Tag der offenen Tür. Dann wird es da Testspiele geben, die unter anderem, auch ich werde da ein Testspiel anbieten. Und es wird einen Flohmarkt geben. Und das Ganze ist so ein bisschen zu dem Anlass geworden, also das Café Flop braucht einen neuen Fußboden. Und dafür sind Spenden notwendig, weil das muss ja irgendwie finanziert werden. Und deswegen haben die Jungs sich überlegt, da halt so ein bisschen eine Spendenaktion mit draus zu machen. Also so die Einnahmen aus den Gebühren für die Flohmarktstände und sowas. Alles wird dann alles quasi zu spenden. Und vielleicht biete ich da auch eine kleine Möglichkeit an, ein bisschen Spendengeld loszuwerden. Mal schauen. Ja, das wird eine sehr, sehr familiäre Veranstaltung. Ich freue mich da wie Bolle drauf. Hauke sagte vorhin auch schon heiß wie Frittenfett auf die ganze Nummer. Und du hast ein kleines Spiel mitgebracht. Hauke und ich, wir werden HeroQuest spielen. Und wenn dann natürlich noch irgendwelche Plätze offen sind, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, euch dann mit uns an den Tisch zu setzen und eine Runde HeroQuest zu zocken. Und mal sehen, wie weit wir in den Missionen kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch sehr dankbar dafür, dass ich endlich mal wieder HeroQuest in mehreren Runden spielen kann vielleicht. Sprich also nicht nur beim ersten Szenario dann irgendwann, nachdem man das geschafft hat, dann zu sagen, ja, schönen Dank für den Abend, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Sondern vielleicht schaffen wir es wirklich mal, ein, zwei, drei Missionen irgendwie zu machen. Das wird eine richtig geile Nummer. Ihr werdet viele bekannte Gesichter sehen. Also vielleicht nicht nur uns. Also so eine Art Meet & Greet. Kommt vorbei, sagt Hallo. Ihr erkennt uns übrigens an den Dyson Notes-Merch, was wir anhaben. 100 Prozent. Wenn es nicht so warm sein sollte. Ja, ich habe ja auch T-Shirts. Das T-Shirt, ja, ich habe auch ein T-Shirt. Ich habe ja auch T-Shirts. Aber Hauke glaube ich noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn mir der saftige Kimme runterläuft. Ey, Jungs, ich sage euch das. Ich ziehe den Scheiß aus. Ich hänge ihn einfach nur mit dem Stuhl. Also von daher, kommt da vorbei. Die Leute mit HeroQuest, das sind wir. Schnackt uns an, haben wir Bock drauf. Ja, es wird ja hoffentlich sehr gutes Wetter sein. Also kommt einfach am 15.07. ab 11 Uhr in die Wendorfer Straße 26 in 21029 Hamburg. Alle, die Lust auf Brett- und Tabletop-Spiele haben, sind herzlich willkommen. Ähm, es wird also unter anderem One-Page-Rules, Kings of War, Saga, Ghastlands geben. Ähm, ja, wir werden da sein auf jeden Fall. Und noch die supercoolen Jungs vom Beim-Imperator-nichts-neues-Podcast auf jeden Fall auch. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da wird es vielleicht auch noch eine kleine Überraschung geben. Und, ähm, ja, wer sich jetzt noch kurzfristig für den Flohmarkt anmelden will, wenn er diese Folge hört, kann es zumindest nochmal versuchen und eine Mail schicken an flohmarkt-at-tabletop-freibeuter.de. Und auch gerne mal auf der Webseite vorbeischauen, www.tabletop-freibeuter.de. Also, wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf euch und das wird eine, wird eine richtige Sause. Wenn man Phil so reden hört, Hauke, dann könnte man sich auch durchaus vorstellen, dass Phil einfach nach der Tagesschau das Wetter moderiert. Nicht nur das Wetter. Total geil. Das ist einfach. Ich sitze hier gerade und kriege so das leichte Grinsen, so mit welcher Inbrunst er das alles so erzählt hat, ey, total geil. Ja, ich bin auch schon heiß wie Frittenfett. Ja, genau. Ich sag gerade, Michael Martin von TWS wird auch da sein wohl. Boah, das wird so eine familiäre, geile Nummer wird das. Einfach da sein, einen Kaffee trinken, schnacken, Spaß haben. Ich hab echt Bock, gerade bei so einem Wetter und dann mit euch. Aber Leute, ganz wichtig, nicht vergessen, er kommt privat. Er bringt nichts mit. Also, nicht zu viele Erwartungen mitbringen, Leute. Also, immer ganz entspannt, feuchtfröhlich wird das auf jeden Fall. Aber lasst euch einfach überraschen. Kommt vorbei, lasst auf euch zukommen, was da so alles passiert. Ich bin auch ganz gespannt. Es wird auch eine Grill-Action geben und kalte Getränke und so. Das wird eine richtige Fete, du. Ey, was gibt's denn Besseres? Tabletop, Rollenspiele vielleicht noch, coole Dudes und Dudetten, wie Dennis von Dice immer sagt. Es gibt eine Grillung, es gibt kühle Getränke. Alles, was das Hobbyherz begehrt. Also, ich bin echt sehr, sehr glücklich. Hauke, sag mal, hast du denn schon einen Charakter, den du bei HeroQuest spielen willst? Soll ich dir was reservieren? Oh, ich glaub, früher hab ich immer den Alp gespielt. Also, den Halbelf, glaub ich, ist das, ne? Ja. Was ist der Elf? Ne, ist der Elf. Soll ich dir mal den Namen dann von dir da drunter tackern? Dann ist der schon mal reserviert für dich. Ja, das mach mal. Den würd ich mal gerne zumindest mit einem Spiel mal gerne spielen. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Phil, du bist ja mit deinem One-Page-Rules, Small-Battle, irgendwas bist du ja dabei. Genau, genau. Also, ich habe vor kurzem ganz zufällig auf Reddit einen Post entdeckt, wo von einem, ja, Mini-Grimdark-Future-Firefight-Skirmish die Rede war, namens Close Quarters. Und das hat mich so angefixt, dass ich da direkt, also, dass ich da direkt quasi total mit losgelegt habe. Und ich habe jetzt hier auch noch eine ganze platte Gelände quasi vor mir stehen, was ich jetzt noch fertig machen möchte bis dahin. Ich werde das auch mehr so nach Quick & Dirty hier fertig machen. Also, es wird jetzt kein, kein, äh, Kommission-Vorzeige-High-End-Qualitätsgelände, sondern eher so, da ist, sieht dann ganz cool aus, weil da Farbe drauf ist. Ja. So, das wird so eher der Standard, den ich da anstrebe, einfach damit ich das überhaupt noch schaffe bis nächste Woche. Aber ich bin, ähm, wie, wie sagen wir, so schön heiß wie Frittenfett auf jeden Fall. Ich freue mich schon total da drauf und ich werde natürlich auch ein paar Warbands mitbringen. Das Schöne ist halt, dass das Spiel auf 250 Punkte begrenzt ist. Das ist zumindest die Empfehlung. Daher werden es eher kleine Warbands sein. Es wird also, ähm, ja, One-Page-Rules ist ja sowieso schon ein relativ schnelles Spiel. Und dadurch wird es natürlich noch mal ein bisschen rasanter. Und, äh, das kann man sich dann gerne vor Ort alles anschauen. Total cool. Wir sind übrigens gefragt worden auf Facebook, woher du dieses, äh, Gelände hast. Vielleicht kannst du da noch eben kurz was zu erzählen. Das Gelände, was ich hier habe, das ist ganz normales Games-Workshop-Gelände, äh, und zwar Sektor Mechanicus, nennt sich das. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich aus dem Conquest und dem Imperium-Abo, aber das gibt's auch so bei GW zu kaufen. Also, das ist einfach hier Sektor Mechanicus, einfach mal suchen und dann findet man das auch auf Ebay. Also, gerade weil diese ganzen, ähm, äh, von diesen ganzen Abo-Zeitschriften, die Sachen, die sind, da ist ja einiges auf Ebay gelandet. Also, äh, im Zweifel findet man's da auch günstiger als, äh, als jetzt in den Shops. Mhm. Das ist cool. Wie groß ist die Platte, die du dann zum Spielen dabei hast? 22 mal 30, also es, es wird tatsächlich ein, äh, hier so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Papp, äh, Spielfeld, sag ich mal, sein, was halt bei Killteam dabei war und, äh, ich baue, ich stelle das, äh, Kunststoffgeländer einfach so drauf. Ich hab gesehen, andere, äh, haben da ja auch richtig schöne Platten und so weiter gestaltet und so fort, ähm, aber ich möchte eher so diesen, auch diesen simplifizierten Ansatz auch da nochmal zeigen, weil ich sag mal so, gerade wenn, 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 wenn es jetzt darum geht, irgendwie Einsteiger mit, mit abzuholen, was zumindest so, was ich mir zumindest auf die Fahnen geschrieben habe, dann soll es ja auch mit so wenig Aufwand wie möglich irgendwie nachzustellen sein und wenn ich mir dann überlege, dass jemand so eine Platte erstmal bauen muss und so, also das ist ja für Einsteiger nun wirklich nicht geeignet, ähm, dieser Ansatz, sag ich mal und deswegen war das so die Idee dahinter, zumal ich auch quasi hier bei mir gar nicht wirklich die Möglichkeiten hätte, irgendwie wirklich selber eine richtige Platte zu bauen, weil da muss man ja auch einen gewissen Platz dann einfach für haben, wo man das macht und das ist bei mir einfach absolut nicht gegeben, also solange ich hier in dieser Wohnung wohne, werde ich niemals eine Platte gestalten können, also eine feste, sag ich mal, ne, sondern es wird immer modular sein müssen und dafür sind diese Sachen halt auch einfach, äh, ideal und deswegen hab ich mich dazu entschlossen, das einfach jetzt hier noch fertig zu machen. Also einen Großteil hab ich schon fertig, äh, das war noch damals aus der, ähm, aus der, aus einer der Killteam-Boxen, die war damals mit Tau und, ähm, ähm, und Space Wolf Reavern und da war halt auch so Sektor Mechanicus Gelände mit dabei, das, äh, und dann war es ganz praktisch, dass halt in den, in den Abos auch noch ganz viel Sektor Mechanicus Gelände mit dabei war, das kann man dann super kombinieren und deswegen hab ich mich dazu entschlossen, das zu machen. Ich hab jetzt hier, äh, noch eine, ähm, Warband, wo ich noch so zwei, ähm, ja, quasi Gefechtstürme, nenn ich's einfach mal, für fertig mache, äh, das soll quasi dann, ähm, nach One-Page-Rules nennt sich das, äh, Human Defense Force, das soll so ein Weapon-Team, äh, im Endeffekt werden, wo ich dann einfach, äh, eine Figur und einen, so einen, so einen automatischen Gefechtsturm für hinstelle und, ja, dann noch dieses ganze Gelände, also, da hab ich noch einiges vor. Supergeil. Mehr zum Thema, ähm, Bau von Spielplatten, äh, später in dieser Folge von mir mehr, also von daher, Phil, vielleicht kann ich dich so ein bisschen abholen, dass es vielleicht auch in deiner Wohnung vielleicht zu einem Spielplattenbau kommen könnte. Oh, klar. Ich bin, ich bin gespannt, ich bin, ich bin gespannt. Ich würde Hauke ganz gerne ein bisschen mit ins Boot holen. Hauke, ähm, bei dir auch mit Sicherheit, über die letzten Tage etwas, äh, passiert im Hobby. Erzähl, was ist los? Auf jeden Fall, ähm, ich hab mir gedacht, ne, gutes Wetter, blendende Laune, Hobby ist super, das ist doch mal die richtige Zeit, um sich mal einem Thema für gute Laune zu widmen. Und, ähm, die Kollegen vom Tableport sagen ja immer, sie haben einen Bildungsauftrag, ne? Das will ich mal zurückgeben. Bildungsauftrag haben wir auch und ich denke, wir sprechen mal über was richtig, richtig Schönes, nämlich Hakenkreuze im Tabletop-Wargaming. Hey, was für ein Downer! Und war das Wholesome-Thema schlechthin? Ich wollte gerade sagen, dafür ist Cantina da, wir besprechen Themen wirklich, wo wir sagen, hey, das ist uns aufgefallen, darüber möchte ich mit den Jungs sprechen und vielleicht dann mit euch da rauf. Deswegen, Hauke, hau raus. Was bewegt dich? Also, Aufhänger ist eine Mitteilung des Brückenkopfes und zwar am 4.06.23 gab es eine Veröffentlichung auf dem Brückenkopf online von Die Hard Minagers, also genau genommen war es eine Pressemitteilung von Die Hard Minagers und der Brückenkopf hat das auch mitgeteilt, nämlich weitere Kickstarter-Previews. Und auf den Bildern konnte man am 4.06.23 halt ein, ja, aus meiner Sicht, das ist ein Hopgoblin, ein Hopgoblin sehen. Und auf der Stirn hat dieser Hopgoblin auf seiner Mütze ein Hakenkreuz. Das läuft zwar in die andere Richtung, also nicht im Uhrzeigersinn mit den Haken, sondern gegen den Uhrzeigersinn, aber es ist nachher nur mal das Hakenkreuz drauf. Und bei den Kommentaren hat sich dann Folgendes ergeben, dass der erste Kommentar ist von, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Programm, von links-grün-versiffter Öko-Terroristin sagt, was soll denn bitte das Hakenkreuz auf der Mütze? Vollkommen daneben. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was bringt einen dazu, da ein Hakenkreuz drauf zu machen? Ich will jetzt auch gar nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil das eine relativ kurze Diskussion sein dürfte. Ich möchte einfach mal was anderes beleuchten bei diesem Aspekt. Und zwar ein weiterer User hat dann gegen 14 Uhr das kommentiert. Das wird wohl keine Option sein. Ich vermute, dass das so in Deutschland gar nicht gehandelt wird. Das darf so in Deutschland gar nicht gehandelt werden. Unter Kunstfreiheit läuft das eh nicht und irgendwie historisch ist es auch nicht. Ich bin kein Jurist und habe von der Materie wenig Ahnung, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob die Abbildung hier legal ist. Ich habe gedacht, fragen wir doch mal jemanden, der davon Ahnung hat. Fragen wir doch mal zum Beispiel mich. Wen könnte man denn da am besten fragen? Genau. Und nochmal, ich will hier nicht das Für und Wider solcher Abbildung diskutieren, sondern einfach nur die Rechtslage, so wie sie ist und so wie sie steht und fällt. Bei der rechtlichen Betrachtung muss man sich erstmal darüber klar sein, worum es eigentlich geht. Und das hilft nichts. Wir müssen da mal ein bisschen weiter ausschwenken, um mal den groben Blick fürs Ganze zu bekommen. 1 Uhr weggeschickt. Wir machen mal für Examszwecke, nehmen wir einfach mal folgende Feierkonstellationen. Ich, also Hauke, will jetzt hier zum Freibeutern und Blood Red Sky spielen und ich baue meine Flieger für die Royal Air Force und die Luftwaffe zusammen und benutze auch die beiliegenden Aufkleber für die Luftwaffenmaschinen, die als Hoheitszeichen für die Kokade hinten tatsächlich Hakenkreuze auf dem Abziehbogen haben. Wenn ich die jetzt raufklebe und dann zu den Tabletop-Freibeutern fahre, darf ich dort mit den Fliegern in der Öffentlichkeit auftreten, ja oder nein? Dass das nicht sinnvoll ist, darüber sind wir uns klar. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob ich es darf. Und nun fangen wir mal mit dem etwas weiteren Blick an. Und zwar, aus der deutschen Verfassungsgeschichte ergibt sich die sogenannte Lehre von Weimar. Und das sagt nichts anderes, als dass wir damals gesehen haben, wie eine deutsche demokratische Republik, also jetzt nicht die DDR, sondern die Weimarer Republik, eigentlich von den Feinden der Demokratie und des Rechtsstaates kaputt gemacht wurde. Die Extremisten von rechts und links haben sich Straßenkämpfe gegeben und haben letztendlich im gesamten Verein die Demokratie beseitigt. Und dabei konnten sie sich selbst auf die Grundrechte oder auf die damaligen Verfassungsrechte berufen. Und die Weimarer Republik war letztendlich auch rechtlich einfach nicht dazu in der Lage, diesen Feinden der Demokratie entgegenzutreten. Das Ergebnis waren dann das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg und die DDR. Da hat man sich halt gesagt, nee, das kann so nicht sein, wenn wir die Bundesrepublik gründen und eine neue Verfassung uns geben. Das damalige Grundgesetz, das durchaus aber mittlerweile Verfassungsqualität hat. Da haben die Väter des Grundgesetzes und auch, wenn ich mich richtig erinnere, die fünf Mütter des Grundgesetzes gesagt, die Lehre von Weimar zeigt, dass das nicht nochmal geschehen darf. Wir dürfen die Demokratie nicht den Feinden der Demokratie preisgeben. Darum hat man die wehrhafte Demokratie erschaffen und ganz runtergebrochen heißt es, wer im Kampf gegen die Demokratie steht, über die freiheitlich-demokratische Grundordnung, darf sich selbst nicht auf diese berufen. Das heißt, wer, überspitzt gesagt, wer für das Dritte Reich ist und den Nationalsozialismus, kriegt nicht das Grundrecht zum Beispiel zu demonstrieren. Das geht nicht halt. Nur wer sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, darf sich auch auf diese berufen. Okay, das Ganze hat gewisse Ausprägungen. Zum Beispiel die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes und so weiter und so fort. Aber natürlich ist auch das Strafrecht eine Verteidigungslinie des Staates gegen seine Feinde. Und es gibt in den Paragrafen Schutz des demokratischen Rechtsstaates bzw. Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates. In den Paragrafen, ich sitze nicht, jetzt hat es mir leider nicht rausgeschrieben, aber ich glaube 84 folgende, 84, 85, 84 folgendes Strafgesetzbuch ist. Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates. Dort gibt es dann eine Strafrechtsnorm, Paragraf 86a. Dieser Paragraf stellt unter Strafe das Verwenden von verfassungswidrigen und terroristischen, oder von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Okay, nun prüfen wir das mal durch. Wir erinnern uns, ich mit meinen Luftwaffenmaschinen fahre jetzt hier nach Wendorf und sag mal hier schön im Antifa-Haus mal mit Luftwaffeantrieb. Und Hakenkreuz. Darf ich das eigentlich halt? Und dann sehen wir halt, ein Hakenkreuz ist nach der Gesetzesmaterie definitiv ein Abzeichen oder ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation. Das brauchen wir jetzt nicht weiter großartig zu prüfen. Aber es ist natürlich die Frage, ist das eigentlich öffentlich, was da geschieht? Öffentlich oder im Rahmen einer Veranstaltung. Natürlich ist es im Rahmen einer Veranstaltung und öffentlich ist es auch dann, wenn ich selber als derjenige, der das mitbringt, dieses Kennzeichen, nicht mehr überblicken kann, wer das eigentlich alles mitkriegt. Und von daher wäre das das öffentliche Verwenden sogar in einer Veranstaltung. Und damit unterfällt es dem Tatbestand schlicht und ergreifend. Das ist bisher eine Binsenweisheit, da erzähle ich nichts Neues halt. Das Interessante kommt jetzt. Und zwar, da ist man sich in der Rechtsprechung und auch in der Literatur nicht einig. Es gibt eine Regelung im Strafgesetzbuch, die besagt, umgangssprachlich formuliert, wenn man das Hakenkreuz oder das Kennzeichen einer verfassungswidrigen oder terroristischen Organisation sozial adäquat benutzt, dann darf man es. Oh, mhm. Wozu dieses Verbot eigentlich dient. Und ich weiß, dass es später eine Anschlussfrage von irgendjemandem geben wird. Und die will ich damit dann auch beantworten, nämlich vom Fall hier entfernt. Das Zeigen oder das Verwenden eines Hakenkreuzes in der Öffentlichkeit hat, der Sinn und Zweck des Verbotes des Zeigens eines Hakenkreuzes in der Öffentlichkeit hat eigentlich zwei Stoßrichtungen. Zum einen soll ein kommunikatives Tabu gesetzt werden. Das spricht halt, die Bevölkerung soll nicht, weil sie andauernd überall Hakenkreuze sieht, zum Beispiel auf Werbepackung oder bei anderen politischen Organisationen, an dieses Zeichen gewöhnt werden. Das gilt für alle Kennzeichen des Dritten Reiches halt. Das heißt, es ist sozusagen halt eine Dämonisierung der unheilvollen Bilder halt. Das gilt halt auch für die SS-Rauten, also diese stilisierten SS-Rauten zum Beispiel. Oder sämtliche Teile von Uniformen oder auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen Trademark-Slogans wie Blut und Ehre der Hitlerjugend oder meine Ehre heißt Treue oder dieses ganze Gedöns, was die da halt im Dritten Reich halt verwenden. In diesem Fall würde ich jetzt sogar, wenn ich gerade auch eines Verwendens halt hier dem Tatbestand unterfallen, aber ich denke, dass aufgrund einer Ausnahmeregelung ich nicht bestraft werde. Zitat, Zitat. Genau, berühmte letzte Worte halt, aber gut. Letztendlich ist damit gesagt, ein Tabu. Nämlich mit der Wirkung, wenn man es dann doch sieht, dass man sofort aufschreit und wachgerüttelt ist. Und das haben wir ja im Prinzip innerhalb der Gesellschaft. Das beste Beispiel ist halt, hier wird ein Goblin gezeigt mit einem Hakenkreuz und der allererste Kommentar sagt, Alter, was ist da los? Wieso ist ein Hakenkreuz drauf? Erklär das bitte, weil es ein Verstoß gegen dieses gesellschaftliche Tabu ist, gegen dieses Kommunikationstabu und das schafft halt sozusagen Awareness. Oder in gewisser Art und Weise sind wir dadurch alle Vogue, was das hier betrifft. Und auch aus gutem Grunde, denke ich. Aber es wird natürlich noch was anderes erweicht und zwar wird durch das kommunikative Tabu, wird den Anhängern dieser Ideologie des Nationalsozialismus verwehrt, das für sich selbst nutzbar zu machen. Das heißt, ihnen wird das Werkzeug sozusagen genommen und zur gleichen Zeit verbannen wir es halt, um seine Schockwirkung zu erhöhen, aus dem normalen Umfeld des gesellschaftlichen Miteinanders. Okay, so. Das ist aber, diese Dämonisierung ist dann nicht gerechtfertigt, wenn es zum Beispiel dazu dient, in einem Museum darauf hinzuweisen, wie war das eigentlich damals. Erklärt sich eigentlich von selbst, dass Forschung und Lehre das natürlich selbst zeigen können. Auch für die staatsbürgerliche Bildung oder staatsbürgerliche Aufklärung und das ist genau das, was gerade für mich hier gerade relevant ist, staatsbürgerliche Aufklärung. Dann ist es in Ordnung. Interessanterweise gilt es natürlich auch für die Kunst. Und hier könnte man natürlich auf die Idee kommen, warte mal hier, ich habe hier ein Flugzeug angemalt, das ist doch Kunst. Und dann wird man sagen müssen, nee, das ist keine Kunst, nämlich aus verschiedenen Gründen. Kunst ist nach dem, in der Mehrheit vertreten, offenen Kunstbegriff, im Prinzip alles das, was aufgrund einer gewissen Schaffenshöhe einer Interpretation zugänglich ist. Und nun können wir mal überlegen, wie viel willst du denn an einem Luftwaffenjäger interpretieren? Also was soll das sein? Zumal der Fall des Selbstzwecks ja auch gar nicht gegeben ist. Also das ist ja auch noch so ein Teil der Definition meiner Meinung nach. Es erfüllt immer einen Selbstzweck. Es ist in sich, es begründet sich in sich selbst. Genau. Was wir hier typischerweise haben bei Tabletop-Miniaturen, ist Kunsthandwerk. Da steht ja außer Frage, dass das super gut technisch gemacht sein kann. Kann ja auch ein super guter Hakenkreuzaufkleber sein, das ist ja möglich halt. Aber zum Beispiel vor zehn Jahren oder so, war in der Flames-of-War-Community, war das irgendwie der heiße Scheiß, Fliegererkennungstücher auf Fahrzeuge raufzumalen. Da hat jeder Depp ein Hakenkreuzfahren auf sein Panzer von oben raufgemalt, damit sozusagen die im Spiel beteiligten Flieger erkennen können, dass das eigene Truppen sind. Und das kann man ja durchaus technisch gut raufpinseln als Freehand oder halt auch relativ schlecht machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das wäre Kunsthandwerk und würde nicht dem Kunstbegriff und damit auch nicht dem Rechtfertigungstatbestand unterfallen. Darüber hinaus wäre es im konkreten Fall ja auch so, selbst wenn das ein Kunstgegenstand wäre, würde er, und da kommt jetzt Philz' Gedanke auch mit rein, nicht seiner selbst hier sozusagen dargeboten, ausgestellt, sondern in seiner konkreten Form ja als Spielstein benutzt werden. Das heißt, hier wäre nicht im Vordergrund das Kunstobjekt, sondern halt das Spiel zu sehen aus meiner Sicht. Interessanterweise auch ein Grund, warum die Panzer aus dem Deutschen Panzermuseum, wenn die bei Stahl auf der Heide auf dem Parkplatz durch die Gegend fahren, wie die Irren da, also richtig durch die Gegend fahren, dann wird bei denen nämlich diese ganze deutsche Afrika-Korps-Ikonografie und so weiter abgeklebt, weil die halt sagen, wenn die da mit dem Panzer über den Parkplatz fahren, ist das keine staatsbürgerliche Aufklärung, sondern es ist ein Happening. Und deshalb zeigen die das dort auch nicht. Und dieser gleiche Gedanke würde halt auch für mich gelten, wenn ich meine Spielsteine mit Hagenkreuz jetzt mitbringe. Ein weiterer Rechtfertigungsgrund oder Tatbestandsausschluss, je nachdem, wie man das sieht, könnte man ja fragen, ob das eigentlich durch die Meinungsfreiheit gerechtfertigt wird. Da muss man sagen, nein. Ei, ganz schwierige Frage auch. Es ist ja gerade Sinn und Zweck, dass das eben nicht im Rahmen einer Meinungsfreiheit benutzt wird. Du kannst, NS-Ideologie kriegst du nicht aus den Köpfen raus. Was du aber rauskriegst aus dem Gesellschaftsbild, ist halt dieser Werkzeugkasten der unheiligen Bilder. Den kannst du halt nicht benutzen und mitbringen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und jetzt bin ich mir ganz sicher, das Spiel ist ein Film, die nichts in Frage stellen wird. Okay, ja, aber Hauke, was ist denn, wenn ich gegen den Faschismus kämpfe, darf ich dann das Hakenkreuz von meiner Meinungsäußerung benutzen? Wie zum Beispiel ein Papierkorb, wo ein Strichmännchen ein Hakenkreuz reinwirft oder sowas? Gute Frage. Das ist eine exzellente Frage. Ich bin gespannt. Man muss ja wohl, also das ist auch noch nicht wirklich in letzter Konsequenz durch die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgepaukt. Also das ist noch nicht hundertprozentig klar. Deshalb kann ich auch nur hier meine eigene Einschätzung halt vorbringen. Und zwar, aus meiner Sicht ist das wie folgt. Jeder Straftatbestand hat einen sogenannten Schutzzweck der Norm. Also da geht es, irgendwas steckt dahinter. Straftatbestände sind nicht für sich selbst Genüge, sondern sie haben etwas, was sie schützen. Hier bildet den demokratischen Rechtsstaat. Das Verwenden eines verfassungswidrigen Kennzeichens muss man abgrenzen vom dazu sich bekennen. Das heißt, das Verwenden dieser Sachen ist auch dann strafbar, wenn ich mich gar nicht dazu bekenne. Wenn ich das Kacke finde an sich, unterfällt das dem Straftatbestand. Dann ist aber die Frage halt, dass durch den Schutzzweck der Norm das gerechtfertigt wird. Und hier wird man wohl sagen müssen, wenn sowohl die vom Gesetz bewirkte Dämonisierung und Tabuisierung letztendlich dem nicht entgegensteht, aber auf der anderen Seite auch die Verweigerung dieses Zeichen als aus dem Werkzeugkasten sozusagen zu benutzen, dann könnte man darüber nachdenken, ob das in Ordnung ist. Das setzt aber dann voraus, und da sind sich die meisten Gerichte wirklich einig, dass für jeden, für absolut jeden, zweifelsfrei klar ist, dass hiermit eine Kritik, also das Verwenden, dass das Verwenden hier im Zuge einer Kritik an der NS-Ideologie vorgebracht wird. Und da kann man mehrere Fälle unterscheiden. Zum Beispiel, 1A-Beispiel von Phil, das kleine Männchen, das das Hakenkreuz in den Mülleimer wirft. Das ist absolut jedem Idioten klar, dass das eine Meinungsäußerung gegen den Nationalsozialismus ist. Aus meiner Sicht darf man das. Die nächste Frage ist, heute stellen wir uns mal eine Demonstration vor von Linksextremisten. Die wird aufgehalten von einer Hundertschaft der Polizei. Und einer der Linksextremisten stellt sich vorne vor die Grein der Polizei, macht den Hitlergruß, um so zum Ausdruck zu bringen, dass die Polizei sich NS-Methoden bedient. Was ist denn hier? Also zunächst einmal ist für jeden Betrachter nicht ohne weiteres erkennbar, dass es eine linke Demonstration ist. Also das ist hier als Kritikäußerung und nicht als Bekennen oder was auch immer. Das ist nicht ohne weiteres zu erkennen. Und vor allem, das ist aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium, ist es auch so, dass hier das NS-Kennzeichen Mittel der Kritik ist, aber nicht Ziel. Also der Nationalsozialismus wird hier nicht kritisiert, sondern die Polizei. Und aus meiner Sicht wäre das hier eine Verwendung unter eines Bruchs der Tabuisierung, der durchaus strafwürdig wäre. Gibt Leute, die sind anderer Meinung, aber so ist es halt. Letztendlich ist es ungeklärt. Was heißt ungeklärt? Vor Gericht und auf hoher See ist es nun mal so, da kann alles passieren, da ist man Gottes Hand. Das ist nun weit mein ganz kurzer Exkurs. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf selbstverständlich kein Hakenkreuz bewährte Figuren mitbringen zu einer öffentlichen Veranstaltung. Das ist auch einfach keine gute Idee. Und ich weiß auch nicht von wegen, was du vorhin gesagt hast, Hocke, dieses, wenn ich dann ja auch ganz klar dagegen bin und ich zeige dann innerhalb eines Spieles diese Abbildung, egal welche man jetzt dann nimmt und so, das passt absolut nicht überein. Ich habe durchaus, also ich will niemanden verteufeln, der sagt halt, ich baue jetzt ein Modell, das muss so original getreut werden wie möglich. Und ich mache da halt dieses Hakenkreuz hinten aufs Leitwerk drauf. Soll jeder Hand haben, wer das für richtig hält. Das Problem aus meiner Sicht sind nicht die Hakenkreuze auf den Modellen, sondern die Hakenkreuze in den Gedanken. Und wenn man halt sagt, ich habe das Hakenkreuz jetzt auf mein Modell gebracht und ich stelle das bei mir in die Vitrine und das sieht auch nur mein bester Freund, wenn der zu Besuch ist, okay, dann in Gottes Namen, lebe damit. Gut, steht mir nicht zu, dass du diskutiert hast, das zu kritisieren, mach was du willst. Eine andere Frage ist, das mit nach draußen zu bringen. Das fällt einfach stumpf aus, weil es genau gegen dieses Tabu verstößt und gar keinen Grund gibt, das zu machen. Ich denke auch in Haukes Andeutung ist ja schon relativ klar geworden, dass auch ich bei diesem Thema sehr, sehr starke Bauchschmerzen kriege, um es mal ganz neutral auszudrücken. Also, ja, das ist genau das, ne? Aber das ist dann schon wieder persönliche Meinung. Ja, ich sag mal, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen mit irgendwelchen Spezialisten. Aber ich habe da auch Bauchschmerzen mit, wenn, also wir spielen. Gut, nach diesem schweren Thema würde ich sagen, wollen wir ein lustigeres Thema aufs Tablett schmeißen. Ich habe mir rausgesucht als mein nächstes Thema, wenn ich jetzt einfach mal dazwischen grätschen darf. Die Magabotatos haben ihre 300. Folge gemacht. Und jetzt mal ehrlich, keiner hat das gemerkt. Also, Sebo hat, ja, jetzt ohne Scheiß, die haben 300 Folgen Podcast mit Freunden gemacht, mit Leuten, die von extern noch Folgen dabei steuern. Aber es kam die 300. Folge von Magabotato raus. Und, Leute, an der Stelle herzlichste Glückwünsche. Ich weiß, ihr habt es nicht großartig gefeiert, aber ich finde, es muss einfach mal gesagt werden, ihr seid eines der Grundpfeiler in dieser Podcast-Tabletop-Community, die mir ganz ehrlich den Spaß daran gebracht haben, auch einen Podcast zu machen. Und dafür herzlichen Dank euch allen Magabotatos da draußen. Ich weiß nicht, wie man es schafft, 300 Folgen mit Leben zu füllen, aber ihr habt es auf jeden Fall gemacht. Jetzt hier irgendwie einen Trailer, irgendeinen Song einspielen. Celebrate good times, come on. Brauchen wir gar nicht einspielen, weil der Phil das gerade sehr gut gemacht hat, finde ich. Hauke. Man muss sich auch noch mal vor Augen führen, dass die Zahl 300, das sind die geborenen Folgen von Magabotato. Das heißt Radio Longfall und beim Imperator nichts Neues und so weiter. Die zählen zwar mit, aber nicht bei diesem 300-Folgen-Count. Richtig. Die haben halt eine eigene, eigene Taktung halt. Und auch von mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den Hauch einer Chance nachzuvollziehen, wie viele Stunden ich bei Magabotato schon zugehört habe und wie viel mir das auf die Ohren gegeben hat und wie viel Spaß die Jungs mir bereitet haben. Ich erinnere Sachen wie Hans Reiner, der während des Podcasts die Airbrush angeschmissen hat. Gregor, der zweieinhalb Stunden über Kleber gesprochen hat. Gregor, der mehrere hundert Figuren pro Folge ohne Base anmalt. Sebo, die anderen Jungs, alle, die dazugehören. Auch die neuen Leute, die dabei sind. Das ist richtig cool. Auch die alten Leute, richtig cool. Nee, wirklich, ganz herausragende Leistung. Und das müsst ihr feiern. Und wenn ihr das nicht macht, machen wir das halt irgendwann. So sieht das aus. Und ich muss noch mal sagen, also Magabotato ist wirklich ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, hey, ich habe auch Bock aufs Podcasten bekommen und ich mache jetzt einen Podcast. Und damit habe ich angefangen. Aufgrund von, mit Magabotato unter anderem. Und Hauke, falls du dich noch daran erinnerst, als wir hier saßen bei uns im Bramisch, unten auf dem Sofa und wir haben mit Sebo Bier getrunken, da stand ich irgendwie so offen und ich mir gesagt, ich kann es gar nicht glauben, da sitzt der Hauke und dann sitzt da der Sebo und dann sitzt Michelle da auch noch und wir trinken gerade Bier bei mir im Wohnzimmer. Das war, das war total, total absurd. Wenn du da, also auch aus meiner Sicht, wenn ich die Augen zugemacht habe und habe ich irgendwas gesagt und dann antwortete es du, deine Stimme kennt dich vom Podcast, dann, Servo, das war wie so eine Crossover-Folge, in der du mitmachst halt. Völlig krank, echt. Super geil. Es war wirklich geil. Also ganz ehrlich, das war, das war ganz toll. Und ich weiß, dass die, dass die Jungs das besprochen haben im Podcast und gesagt haben von wegen so, ja, hier, wir haben 300 Folgen, ja, haben wir auch wieder vergessen, so nach dem Motto. Und ich habe gesagt von wegen, ey Jungs, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht einfach hingehen und dann sagen einfach so, ja, wir haben jetzt 300 Folgen gemacht. So, als ob das irgendwie so ein Kack-Hamburger beim McDonalds gewesen wäre, so nach dem Motto, den ich für 1,40 Euro gekauft habe und eben schnell was zwischen die Kiemen geschoben habe, damit ich was im Bauch habe. Leute, feiert es. Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wir geben einen aus, ganz ehrlich. 300 Folgen, herzlichen Glückwunsch. It's the celebration. Was man ja auch noch sagen kann, echt wirklich, geh doch mal auf die Magabotado-Seite zur Folge 300 und gratuliert den ganzen Jungs einfach mal. Das ist doch schön, dass da freuen die sich. Gib denen halt, wie das immer so schön heißt, gib denen Like, abonniert das und so, was man halt so Social-Media-mäßig macht halt einfach. Gib denen schönes Feedback halt. Lobt die über den grünen Klee, die haben das verdient. So viel zu meinem Thema, um jetzt die gute Laune wieder so ein bisschen hochzuholen. Das war mir wichtig, dass ich das heute auf jeden Fall mal loswerde. Siescher, Siescher. Siescher, Siescher-Film. Möchtest du weitermachen? Hast du ein Thema, mit was du uns quasi locken möchtest? Mit was ich euch beglücken möchte. Beglücke uns. Spiel die Biene. Ich wollte mit euch einmal ganz kurz das Thema anschneiden. Und zwar, dass da wäre Miniaturen-agnostische Tabletop-Wargames. Oha. Alter, heute schwere Kost, ey. Heute schwere Kost. Was ist denn los heute hier? Und zwar ist mir da so grundsätzlich, ich bin ja selber noch ein totales Greenhorn, was das ganze Tabletop-Hobby-Thema angeht. Aber mir ist so ein gewisses Missverständnis aus meiner Sicht aufgefallen, was mir immer wieder begegnet. Und zwar häufig hört man das so von anderen Leuten, dass die dann so sagen, so, ja, ich habe da dieses Tabletop entdeckt. Und das ist ja Miniaturen-agnostisch. Das heißt ja, ich brauche mir gar keine Minis kaufen. Und das ist meiner Ansicht nach, da bin ich vielleicht jetzt alleine mit, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Das ist meiner bescheidenen Ansicht nach eine komplette Fehleinschätzung der Situation. Und zwar ist es ja so, Miniaturen-agnostische Tabletop-Regelwerke heißen ja so, weil der Entwickler oder Hersteller des Regelwerks selbst keine Miniaturen anbietet. Im Endeffekt bedeutet das im Umkehrschluss ja aber nicht, zumindest aus meiner Sicht, dass ich dann jetzt benutzen kann, was ich will, was ich ja theoretisch in jedem Tabletop sowieso kann. Also ich kann ja auch Warhammer 40k mit Lego spielen, wenn ich das will. So, und mein Gegenüber da auch Lust drauf hat. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Es ist nicht figuren-agnostisch, weil der Hersteller die Figuren mit dazu liefert. So, da ist ja das beste Beispiel zum Beispiel so, oder Stargrave. Der Mensch, der sich die Regeln ausgedacht hat, der kann halt einfach keine Figuren entwickeln und irgendwie herstellen, wie auch immer. Da sind ja dann die Leute von North Star Figures quasi eingesprungen und haben das da so ein bisschen, haben da so die offiziellen Minis dazu rausgebracht. Trotzdem ist es ein miniatur-agnostisches Spiel. Aber trotzdem kauft man sich ja dann Stargrave-Figuren, wenn man Stargrave spielen will, im höchstwahrscheinlichen Fall. Oder meinetwegen auch irgendwelche Warhammer-Figuren oder so, die man dann dafür benutzt. Und weil es ja auch, zumindest bei mir ist es immer so, ich möchte gerne ja sehr Story-lastig spielen. Und das soll ja dann auch irgendwie stimmig sein von der Immersion. So, ist jetzt halt Immersion und Tabletop, ob man das jetzt immer so gut hinkriegt, keine Ahnung. Aber für mich ist das schon relativ wichtig, dass ich mich da so ein bisschen drin verlieren kann. Und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Fantasy-Figuren für Stargrave zu benutzen. Und deswegen glaube ich, dass diese Binsenweisheit, ja, miniatur-agnostische Spiele sind super, weil ich muss mir keine Minis kaufen. Dass das halt einfach so ein Ding ist, was einfach aus meiner Ansicht nach ja, ein Gerücht ist, was ich mal ausräumen wollte. Wenn ich das mal eben kurz zusammenfasse, dürfte, würde das also ja Folgendes bedeuten. Wir treffen uns zum Spielen, wir beide. Und wir sagen, wir spielen Frostgrave. So, wir spielen Frostgrave. Ja. Du hast deine Bande da stehen aus Fantasy-Figuren und hast dir vielleicht irgendwelche Figuren zusammengeholt bei Northstar-Minis und so. Alles cool. Und ich komme plötzlich mit... Mensch, ärgere dich nicht, Püppis um meine Ecke. Das sähe ein bisschen seltsam aus, oder? Also, ich finde... Also, ich sag mal so, wenn es nicht anders ginge, würde ich es durchgehen lassen. Aber es wäre jetzt halt nicht so, wie ich mir das zumindest nach meinen Wünschen und Träumen, wie man sich dann so ein Match Frostgrave vorstellt, das würde dem nicht gerecht werden, jedenfalls. Sagen wir mal so. Also, so viel zum Thema Figuren-agnostisch, ne? Also, man kann das ja wirklich runterbrechen, dass du einfach sagst, komm, wir spielen 40.000 mit Token oder irgendwie was. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also, das sei auch jedem gegönnt, der das möchte. Ja, wenn das Agreement da ist, ohne Frage. Aber das so... Genau, genau. Aber das so... Ich hatte halt den Eindruck, dass das so als grundsätzliche Faustregel irgendwie im Umlauf sei. Das mag ja auch sein, dass das eine totale Fehlanschätzung ist, weil das ist ja auch rein anekdotisches Wissen so, ne? Jetzt von mir. Das kann ja auch sein, dass ich auch einfach, dass es bei anderen Leuten total selbstverständlich ist. Aber das ist so das, was ich so in den letzten Monaten und Jahren, die ich jetzt im Hobby bin, so aufgeschnappt habe und musste zumindest für mich persönlich immer wieder feststellen, dass Figuren-agnostisch nicht automatisch bedeutet, ich muss mir keine Minis kaufen. Also, ganz im Gegenteil sogar. Ich finde das sehr wichtig, die Unterscheidung. Nehmen wir mal, auch mal für Examenszwecke, mal zwei Beispiele. Kollege Uwe vom TablePod sagt immer, er hat halt viele Zombies und die benutzt er halt für verschiedene Zombiespiele. Natürlich kann er das machen. Ist ja auch sinnvoll halt. Auf jeden Fall. Das ist dort, wo es zusammenfällt. Ich benutze die Figuren eines Spiels, um Figuren in einem anderen Spiel zu verwenden. Das ist Figuren-agnostisch. Oder ein anderes Beispiel. Ich benutze, ich spiele Warhammer Quest, erste Edition, und habe dort die gleichen Monster wie Warhammer Fantasy Battle und benutze dann die Figuren aus Warhammer Fantasy Battle bei Warhammer Quest und kaufe mir die nicht nochmal und male sie nochmal an fürs eigene Spiel, damit sie das gleiche Base haben oder so. Ist ja klar. Aber das ist im Prinzip eine Banalität, wie Phil auch sagte. Das gilt für alles. Ich kann ja alles für alles verwenden. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann Legosteine benutzen. Ich kann auch Farben nehmen, um damit Sachen darzustellen. Figuren-agnostisch ist tatsächlich nur das, ich stelle nicht meine eigenen Spielsteine her, sondern du brauchst sie aus einer anderen Quelle. Wo du sie herbeziehst, kann auch dein Koffer sein. Es ist egal halt. Aber typischerweise, und da gebe ich Phil auch recht, ist es ja so, wer fängt denn an, ein neues System zu spielen und keine einzige Figur dafür extra anzufertigen? Das ist doch nur das halbe Hobby. Echt, mal im Ernst. Ich fange doch nicht an, eine neue Armee auszuheben und benutze nur Figuren aus anderen Armeen dafür. Der größte Teil des Spaßes ist doch dann halt auch, extra neue Figuren dafür zu beschaffen. Und die sind dann halt agnostisch bei von euren anderen Hersteller. Aber heißt nicht, dass ich keine neuen brauche. Ja, das ist so ein Irrtum, ist das, ne? Also, ich finde, wenn man sich drauf geeinigt hat und sagt von wegen so, hey Phil, wir spielen heute Force Grave. Du brauchst aber nicht extra Püppis kaufen, weil ich hab das Regelwerk, du hast die Platte, wir führen beides zusammen, aber da wir beide jetzt keine Püppis haben, machen wir das so, wir nehmen, Mensch, ergerechnet nicht Pöppels. Und dann, finde ich, ist das wieder ein gemeinsames Agreement, was man dann hat. Weil, was du gerade sagtest, Phil, ne? Dieses, ich hab da so eine gewisse Vorstellung. Vorstellung vom Spiel, so eine gewisse Ebene, so von wegen so, in was ich mich bewege gerade, ne? So, dass ich in das Setting reinkomme auch. Und ich, wenn man dann sagt, okay, ist klar, ich weiß, es ist nur zu Testzwecken und ich leg da Pöppel hin und ich leg da Marker hin oder irgendwie was, ne? Um die Regeln zu verstehen, so nach dem Motto, gucken, gefällt mir das System oder irgendwie sowas, dann find ich's okay. Wenn beide Seiten sagen, hey, ich bin fein damit. Durchaus legitim, auf jeden Fall, würde ich auch niemandem absprechen, das machen zu wollen, aber meiner Erfahrung nach eher ein unrealistischer Ansatz. Zumindest, wenn ich, wenn ich halt mir anschaue, wenn ich mir, wenn ich mir zumindest die Hobbyisten einfach mal vor Augen führe, die ich kenne, so, und dann überlege, wie würden die das machen, dann kenne ich eigentlich, also ich persönlich bisher keinen einzigen, der auch nur auf die Idee kommen würde, das so zu handhaben. Kenne ich keinen. Also kann sein, dass ihr welche kennt da draußen, Leute, ist definitiv legitim, also das will ich niemandem absprechen, aber ich kenne wirklich niemanden, der das so machen würde. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo lese, boah, hier, geil, neues System, ja, ich hab mir gleich erst mal drei Boxen bestellt. Das ist halt, wie es in der Realität gelebt wird, ne? So, das meine ich halt immer. In vielen Fällen ist das schon so, ja. Ja, also ich erlebe das in den seltensten Fällen. Klar, das ist jetzt vielleicht gerade bei One-Page-Rules nochmal so ein Sonderfall, aber selbst da, also guck mal, Piwi hat erst mal angefangen, sich da irgendwelche Armeen zu bestellen. Ohne Scheiß. Auch Hauke hat erst mal sofort, als wir uns zum One-Page-Rules-Spielen verabredet haben, tausend Ideen gehabt und hier noch da und ich brauch noch schwere Waffen und was nicht alles halt, ne? Also das ist halt einfach so, wie die meisten, zumindest aus meinem Umfeld Hobbyisten, dieses Hobby leben. Die sagen nicht, oh ja, da hab ich ja noch einen ganzen Schrank voll Minis, sondern, boah, geil, neues System, ja, ich fang erst mal eine neue Armee an. So läuft's halt normalerweise, ne? Und deswegen finde ich halt diesen Ansatz zu sagen, ja, ich, hier spiel mal was Miniaturen agnostisch, da musst du nicht extra Minis für kaufen, ist zumindest aus meiner, äh, meiner bescheidenen Meinung, äh, meine bescheidenen Meinung dazu ist, das ist einfach unrealistisch. Mhm. Finde ich auch. Zumal, wie Hauke sagt, das macht ja auch Spaß. Du fängst an, ein neues System irgendwie rauszuholen und denkst überlegen, oh, hm, ja, ich hab da zwar irgendwelche Fantasy-Zwerge stehen oder irgendwie sowas, aber jetzt mal irgendwie was völlig anderes machen oder so. So, und dann fängt man an, eine neue Armee aufzubauen. Weil das ist, genau wie du sagst, das ist, das ist nur die, nur das halbe Ding, was Spaß macht. Absolut. Wenn man einfach nur seine Sachen nimmt. Ist vielleicht auch ein Aspekt, den man noch beleuchten müsste, bezüglich, äh, ähm, eigenes, ähm, eigenes Geld. Ne? Also, wenn man natürlich sagt von wegen so, hey, ich hab hier eine Camry-Armee stehen, ne? Wo ich jetzt gerade so links rüber gucke, die steht ja jetzt einfach gerade. Ich hab da eine Camry-Armee stehen. Ähm, vielleicht kann ich auch davon einzelne Figuren nehmen, um damit ein Skirmish dann irgendwie zu machen. Oder ich nehme mir halt meine gesamte Armee und mach dann wirklich so ein Rank-and-File-System dann irgendwie mit oder sowas. Das ist, das ist ja legitim. Das ist ja auch alles cool. Aber ich glaub, in vielen Fällen ist das ein, ne Selbstverarschung, wenn man dann sagt von wegen, ich hab hier, ähm, nur einen Blob an Figuren und die nehm ich für alles. So nach dem Motto, weil es sind ja Figuren, agnostische Systeme. Weiß ich nicht. Ich glaub, man betuppert sich da selber. Ich würd hier gerne die, die Nerdmeier-Theorie ansprechen. Und zwar, ähm, Folgendes. Ich hab hier in einem meiner vielen Armeekisten eine Talana-Armee. Die besteht aus, Pi mal Daumen, 35 Talana, ähm, sieben Panzer und zehn Roughrider. Alleine die Roughrider äh, sind unglaublich geile Modelle. Aber so den Mega-Input, diese Armee jetzt mal da so langsam anzugehen, hab ich nicht unbedingt. Können wir auf die kommen? Ja, Alter, komm, lass uns doch mal, ähm, Warhammer, dritte, wollen wir 40.000 dritte Edition spielen? Äh, du spielst die Stahllegion von Armageddon, das machst du hier mit den Talana-Minis. Aus deiner Perspektive, zur Zeit, völlig miniaturenagnostisch. Du brauchst keine Figuren des Herstellers, der stellt die auch gar nicht mehr her. Die Talana zum Beispiel, ne? Mhm. Brauchst nix, hast du alles da, halt, kannst du sofort aufbauen. Das ist eine Sache. Aber jetzt integriere Nördmeier. Nördmeier, einer unserer Hörer, der aus seinem unerschöpflichen Fundus alter GW-Sachen Phil und mich regelmäßig versorgt. Bei dem haben Phil und ich gerade vor einigen Tagen schwer, superschwere Fahrzeuge der imperialen Armee gekauft. Phil hat ihm ein Bandblade abgekauft, ich ein Shadow Sword. Super geil. Ja, jetzt habe ich auf einmal dieses neue Modell. Und jetzt die Talana-Armee rauszuheben, ist eine ganz andere Nummer. Da bin ich viel mehr gehypt, viel mehr, viel mehr motiviert. Das ist da zwar natürlich aus Konsumsicht, sozialkritischer Konsumsicht nach Adorno, ist das wahrscheinlich eine pure Katastrophe, halt, ne? Aber so ist die Welt halt. Und ich will jetzt auch nicht die Welt älter, sondern ich will die Armee anmalen. Genau, halt, ne? Also, so ist es halt. Aber halt, ich sag mal, Figuren agnostisch mit, ich hab das alles schon, ich brauch nur das Regelwerk. Das ist ein sehr aufregungsloses Hobby, halt. Ja, du könntest sagen, du sammelst dann Regelwerke. Genau. Im Endeffekt, ja. Also, ich sag mal so, das ist natürlich, wenn sich das mal anbieten sollte, dass es halt wirklich gerade klappt, ne? Gerade wie jetzt in dem Fall, was weiß ich, ob du jetzt Grimnark Future oder Grimnark Future Firefight spielst, da wirst du jetzt nicht zwangsläufig unbedingt dir neue Armeen zulegen müssen für. Nein. Weil es halt sehr nah beieinander ist und du kannst halt deine Infanterie im Zweifel benutzen. Aber angenommen, du hast jetzt bei Grimnark Future was weiß ich, eine Knight-Armee gespielt. So, dann versuch mal Knight in Firefight zu benutzen. Könnte schwierig werden. Und schon bist du wieder an dem Punkt, wo du sagst, okay, wir wollen jetzt Firefight spielen. Ja, dann renne ich mal eben zum Local Hobby Store und versorge mich da mit einer Packung Infanterie. Also, ist immer nur so. Also, das halt, es geht mir ja nicht darum, irgendwie zu sagen, das geht nicht oder das geht, sondern ich hatte halt den Eindruck, dass das sich als Wissensgrundlage so etabliert hat. Darum ging's mir halt. Und das wollte ich einfach nur mal so grundsätzlich klären, dass man halt nicht jemandem ein Spiel empfehlen kann, das miniaturenagnostisch ist, weil er müsse dann ja nichts kaufen. Also, das ist meiner Meinung nach grundlegend eine Fehleinschätzung, die man nur sehr, sehr bedingt irgendwie äußern kann und die wirklich nur in den seltensten Fällen auch wirklich so stimmt, wie man sich das in dem Moment denkt. Es ist halt ein bisschen Augenwischerei, wenn du es runterbrichst. Also, das ist es einfach. Es ist einfach Augenwischerei, zu sagen, du brauchst keine Minis, sondern das, was du zu Hause hast, kannst du nehmen. Hauke, gehen wir mal weg von figurenagnostischen Systemen. Was steht bei dir noch so an? Ich weiß gar nicht, ob wir schon in der letzten Kantine-Folge über Warhammer the Old World gesprochen haben. Ich glaube, wir haben es nur angerissen. Haben wir das? Ja, ich glaube, wir haben es nur angerissen. Selbst wenn, selbst wenn, da können wir, glaube ich, gar nicht genug drüber sprechen, aus meiner Sicht. Okay. Also, die Veröffentlichung und Annonciierung setze ich mal als bekannt voraus. Ich glaube, das weiß wirklich jeder, der hier zuhört, worum das da geht. Im Großen und Ganzen haben die ja gesagt, dass ein neues Regelwerk kommt und dass die Figuren-Range bestehen wird aus vereinzelten Neuerscheinungen. Im Regelfall wohl Resin, ausnahmsweise in Plastik. Alte Figuren, die neu releast werden und irgendwelchen Kram mit Metall. Pi mal Daumen halt. So einiges kommt neu und alles andere wird halt wieder auf den Markt gebracht. So habe ich es zumindest verstanden. Liege ich da richtig? Ja, so richtig so. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja. Und ich persönlich, lange Rede, kurzer Sinn, finde das auch gut. Also, da habe ich überhaupt nichts dran zu kritisieren. Wie geht das euch? Die Frage ist, die ich mir immer stelle, ist, haben wir schon so viele Informationen über The Old World, wie wir sie eigentlich brauchen? Garantiert nicht. Nein, und das ist genau mein Problem, was ich habe. Ich bin es sonst eigentlich von Games Workshop gewohnt, dass sie sagen, so Leute, passt auf, nächste Woche, setzt euch mal lieber um 11 Uhr British Standard Time vor euren Rechner, schaltet diesen Link ein und wartet einfach, was passiert. Es könnte sein, dass da was für The Old World kommt. Und dann sitzt man da als Hobbyist und denkt sich, hey, das Thema interessiert mich. Ich klemme mich vor meinen Computer und fange an, mir diesen Stream anzugucken. Und dann fangen die plötzlich an, Dinge zu droppen, wo ich mir einfach sage, von wegen so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie krass geil ist das denn? The Old World. So, passt auf. Wir haben eine Grundbox, wir haben ein Regelbuch. So sieht das Cover aus. Das werden die Startarmeen innerhalb dieser Grundboxen und so weiter und so fort. Und du sitzt vor deinem Rechner und dir läuft das Wasser an allen Stellen raus, weil du einfach nicht mehr weißt, was mit dir gerade passiert. Und dieses Mal kommt das alles so kleckerweise. So, als ob irgendwo ein Schlachter sitzt, der so die ganze Zeit immer nur so eine Salamischeibe abschneidet und die dir über die Theke gibt. Und am nächsten Tag kannst du wiederkommen und hast wieder so eine Salamischeibe, die er dir wieder übergibt. Die bringen immer die Ankündigung und dann kommt so, ja, wir haben hier zwei Figuren. Wie? Ich denke, ihr wollt ein Spiel rausbringen. Was soll ich mit zwei Figuren? Ja, ja, genau. Also, aus meiner Perspektive als jemand, der keine einzige Warhammer-Fantasy-Battle-Figur jemals hatte, ist es halt wirklich extrem frustrierend, weil ich halt mir so denke, ja, ich hätte Bock, damit anzufangen, weil gerade auch durch Total War, das ist halt so mein einziger Berührungspunkt damit. Total War Warhammer, was ja wirklich nun in genau dieser Welt spielt. also, ne, da kannst du auch Gotrek und Felix mitnehmen und so, ne, in dem Spiel. Also, hast halt Gotrek als General und Felix als Held dabei und sowas alles. Also, das ist schon wirklich Warhammer-Fantasy-Battle, diese Spiele. Ich denke mir halt nur so, ja, wann kommt ihr endlich mal mit dem wirklichen, also, ne, wann packt ihr endlich mal Butter bei die Fische? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und, ich glaube, war es nicht dieses Wochenende, dass wieder irgendein Community-Reveal-Stream stattfinden soll, wo sie wieder irgendwas rausbringt oder war es schon letzte Woche? Keine Ahnung. Also, das ist so underwhelming, dass man es schon gar nicht mehr mitkriegt. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich vergleiche das immer nochmal ganz gerne mit den Sachen, die zum Beispiel Corvus Belly macht mit ihrem Walkrow. Ich habe, ganz ehrlich, bei Instagram sehe ich immer irgendwie da eine Dame sitzen, die will irgendwie mir was im Walkrow erklären und dann zeigen sie irgendwelche Karten und irgendwelche animierten Modelle, die sich dann irgendwie in 3D da drehen und was ähnlich was. Aber die Frage, die ich euch jetzt stelle, habt ihr schon mal jetzt irgendwas von Walkrow gesehen, wo ihr sagen würdet, von wegen so, ich habe einen Überblick darüber bekommen, was ist das Spiel eigentlich? Absolut gar nicht. Gut, dann bin ich nicht der Einzige, der hinterm Baum lebt. Also, von daher, alles gut. Nee, wirklich auch gar keinen Plan. Ich würde es gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also, wir wissen von Warmer Fantasy Battle, The Old World, die alte Welt kommt zurück, es soll Ende des Jahres irgendwie sein. Interessanterweise wird dann zu überblicken sein, wie sich das mit Epic schneidet oder nicht schneidet, das nächste Thema auf meiner Liste. Aber The Old World kommt, okay. Starterarmeen, Breton, Gruftkönige. Was ich sehr geil finde, weil es die völlige Antithese ist zur Art und Edition, in der beide Armeen komplett überhaupt nicht gewertschätzt wurden. Aber okay, nehmen wir das mal so hin. Das ist super mit Breton und Gruftkönige. Das ist eine großartige Armeen. Und die Release-Politik zu den Figuren, einiges neu, einiges Resin, aber auch alte Bausätze. Und ich glaube, das ist der Schwerpunkt der Mitteilung, glaube ich. Alte Sachen werden wieder erreichbar und müssen halt nicht in Gold aufgewogen werden. Das finde ich richtig gut. Was ich bemerkenswert finde, ist halt, dass jetzt die letzte Figur, die ich zumindest gesehen habe, die erschienen ist, ein bretonischer Standartenträger ist. Ich muss mal sagen, da gab es aber zwei Modelle von. Warum wird denn ein Modell, für das es nicht ein, sondern zwei Modelle gab, jetzt in Resin neu gemacht? Die einzige Erklärung, die ich habe, ist halt, dass es wirklich eine Figur ist, die zentral für eine Armee ist. Und damit ein großer Kaufanreizung, für jeden ist. Auch für Leute, die halt andere Standartenträger schon haben. Das alles mal zur Seite. Ich möchte euch was vorlesen. Und zwar, als Warhammer the Old World angekündigt wurde, da hieß es, Old World, New Warhammer. You'll never believe what we are working on. The studio had to tell us twice. Für die, die Englisch nicht können, die alte Welt, neues Warhammer, ihr werdet uns nicht glauben, woran wir arbeiten. Das Studio musste uns das zweimal erzählen. Warhammer, die alte Welt kommt zurück. Warte. Doch, das glaube ich euch, dass das kommt. Das braucht man mir auch nicht zweimal erzählen. Ich habe auch eine Theorie dazu, warum das weg war und warum das schlecht war. Und am Ende dieser Mitteilung heißt es, there are some huge, some might say giant plans for the mortal realms. More news soon. For now, we have to keep it hisshish. Also, wir haben große Pläne. Wir werden darüber berichten, aber erstmal können wir das nicht weitererzählen. Habt ihr eine Ahnung, von wann diese Mitteilung ist? 2021. Oktober 2021. 2021. Arschlecken.de, Alter. Ich würde sagen, ich würde sagen, ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde sagen, 2019 müsste das gewesen sein. Boah, echt? Das war Brückenkopf-Beteilung vom 16. November 2019. Ach Quatsch. Mal ganz schön ernst. Ja. In den dreieinhalb Jahren, die wir jetzt hier von Games Workshop im Prinzip mit Information hingehalten werden. Mit der Karotte. Quasi, es ist nicht genug, um davon zu leben und nicht genug, um davon zu sterben. Echt. In den dreieinhalb Jahren haben sie von ihren einige, würde ich sagen, gigantischen Plänen es geschafft, uns Folgendes vorzutragen. Die beiden Armeen kommen, das mit den Figuren und das war's. Mehr wissen wir nicht. In dreieinhalb Jahren, also für dreieinhalb Jahre steht das der Informationsoutput in keinem Verhältnis zur in Anspruch genommenen Größe der Information. Korrekt. Haltet euch fest, Alter. Ihr werdet das nicht glauben. Ihr müsst das zweimal erzählen. Das, ich kann mal wirklich nur sagen, das ist informationelle Verarschung. Ja, extrem. Also das ist reines Marketing-Spektakel. Quasi wie es im Buche steht, finde ich auch ein bisschen befremdlich sogar, würde ich sogar fast sagen, weil aus welchem Grund, also sie haben ja auch im Endeffekt nichts davon, das so zu handhaben. Außer halt irritierte Kunden, die sich dann halt irgendwo fragen, wollt ihr uns eigentlich komplett verarschen oder was ist, was ist euer Plan? So, das ist das Einzige, was bei mir kleben bleibt. Also das Problem ist ja, sie sind sich sicherlich dessen bewusst, dass wenn sie diese Sachen auf den Markt bringen, dann werden sie denen aus den Händen gerissen. Da kann's ja von ausgehen, weil es gibt so viele Hobbyisten, die da irgendwo sitzen und sich denken, kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Preis drauf an tatsächlich, aber die sich denken, puh, ich krieg die Figuren, wenn dann nur krass überteuert auf Ebay, wirklich krass überteuert, aber ich hätte echt gerne die und die Armee, was weiß ich, Orcs und Goblins oder Bretonen, brauchen wir gar nicht erst von Anfang, weil die, ne, da kannst du ja wirklich dein Haus für verkaufen, wenn du eine Bretonen-Armee haben willst, da musst du schon echt reiche Eltern haben oder sowas, keine Ahnung, wer sich das leisten kann, aber das sind halt so genau die Sachen und deswegen gehen die halt wahrscheinlich wirklich davon aus, dass egal, wie sie damit umgehen, sollten sie damit irgendwas rausbringen, das geht weg wie warme Semmeln. Dice Dennis hat ja die Theorie aufgestellt, dass diese informationelle, das kann man gar nicht anders nennen, dass diese informationelle Kriegsführung von Games Workshop gegen seine Kunden vor allem darauf abzunehmen, zielt zu verhindern, dass Leute das System wechseln. Also das gewollt ist, dass die Leute, die jetzt nicht auf Age of Sigmar hingeblieben sind, sondern halt sagen, nee, ich will die alte Welt, ich will die alte Welt, ich will die alte Welt zu einer Person wie ich. Halt sagen, okay, ich fange jetzt nicht mit Kings of War an, weil die alte Welt kommt ja irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, bitte Games Workshop nächstes Jahr. Also quasi die Karotte vor den Augen, der Silberstreif am Horizont, du wirst am Ball gehalten. Das ist natürlich eine sehr, sehr zynische Sicht. Das ist ja auch nur eine Theorie, Dice Dennis sagt dir nicht, dass es so ist. Er sagt halt nur, wie möglich hat. Und natürlich wäre das möglich. Ich hätte eine andere Überlegung, woran das liegen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke Hand bei Games Workshop macht. dass man dort innerhalb des Unternehmens sich nicht einig ist, ob man das wirklich machen will oder nicht und wenn ja, in welchem Umfang und welche Voraussetzungen das hat. Mal ganz im Ernst, in dreieinhalb Jahren hätte ich, um gigantische Pläne umzusetzen, genug Zeit gehabt für eine wie auch immer geartete Marktanalyse, einen Produktionsrun zu planen und ein vernünftiges Regelwerk zu schreiben. Das hätte ich, hätte ich es denn gewollt machen können. Und weiß man nicht, ob dann zum Beispiel halt der Studioteil, der damit beschäftigt ist, das wird vermutlich, mich würde es nicht wundern, wenn das eine Ein-Personen-Unternehmung ist letztendlich im Studio, ob diese Leute dann halt die Ressourcen dazu bekommen, um das auch zu machen. Also dass da irgendwie Chaos ist. Und wenn man sich das überlegt, dann bekommt die Angst, dass die Wiedererschaffung der alten Welt vielleicht nicht so gut wird, wie wir uns das alle hoffen, sondern ziemlich in die Hose geht, echt neue Nahrung. Also das, es scheint mir nicht wirklich durchdacht und Hand und Fuß zu haben. Es ist eine Marketingblase bisher. Mehr ist es nicht. Das wäre nämlich genau mein Kritikpunkt, den ich Phil auch entgegenwerfen würde. Ich glaube nicht, dass die da sitzen und sagen so, ja, wir sind da was am Arbeiten dran und schaut mal hier und macht mal da. Das ist wie Hauke gesagt, das ist genau das Ding. Die Leute bei der Stange zu halten und immer nur irgendwie zu vertrösten und zu sagen so, ja, guck mal, wir geben euch so ein bisschen Futter. Wir machen mal so ein bisschen hier und wir machen mal so ein bisschen da. Das ist nichts anderes als immer so, wie man so schön jetzt mittlerweile sagt, so hier den Hypetrain am Laufen halten. Und nichts anderes ist es. Wenn Games Workshop es wirklich machen würde wollen, dass die Old World oder das Warhammer Fantasy wieder zurückkommt, dann hätten sie schon längst den anderen Weg gesattelt, um zu gucken von wegen so, hallo, passt mal auf, was ich vorhin sagte, setzt euch hin im Stream, wir haben da eine große Ankündigung zu machen. Freut euch auf die nächsten drei Monate, da kommt was richtig Geiles. Das ist momentan Games Workshop, wie es momentan eigentlich läuft. Siehe, 10. Edition, was kam da alles für Videos und so weiter. Was wurde da für ein Bohai von gemacht mit, setzt euch hin, guckt euch den Stream an und oh, was haben wir denn da und hier haben wir animierte Trailer und was weiß ich nicht was, ne, hier, keine Ahnung, da werdet ihr ganz feucht im Schlüpper. Das, was Games Workshop momentan einfach hier macht, ist das, was sie vorher schon gemacht haben, in meiner, in meiner Warte. Könnt ihr da draußen sehen, anders könnt ihr beiden auch sehen, wie ihr wollt, aber in meiner Warte ist das so, dass Games Workshop es momentan einfach nur versucht abzuklopfen, wie viel Bock haben die Leute eigentlich auf Warhammer Fantasy? Und dann hat man vielleicht mal einen da dran gesetzt und hat gesagt von wegen so, hier, guck dir doch mal irgendwie so einen, ähm, Standartenträger des Imperiums an, design den doch mal, 3D mäßig, design den doch mal neu. Ja, der gefällt mir, das geht in diese ganze, ganze Richtung. Nein, wie wir das machen wollen hier bei Games Workshop und dann hauen wir den noch mal raus und schauen einfach mal so, wie die Reaktionen sind. Was kommt uns da entgegen, äh, im, im, im Netz und so weiter und so fort. Also wirklich so eine Marktanalyse quasi, die sie insgeheim unter dem Teppich im Prinzip fahren, um einfach mal so grob abzuklopfen. Was kommt denn da einfach mal raus, wenn ich auf diesen Teppich klopfe? Wie, wie viel Kram kommt mir eigentlich entgegen? Oh, da kommt ja ein bisschen was. Ja, dann machen wir das nächste Töpfchen mal auf. Ich finde das vor allem, was mich, was mich wirklich traurig macht. Warum wird es so unnötig gemacht? Also so, so unnötig kompliziert, unnötig, unnötig, aus meiner Sicht fast schon unnötig kaputt gemacht. Ich finde, das ist ein Zeichen dessen, dass Games Workshop seine Kunden nicht ernst nimmt und auf gleicher Augenhöhe betrachtet halt. Was, was hätte denn dagegen gesprochen, in den letzten dreieinhalb Jahren uns mal mit vernünftigen Informationen zu versorgen? Dass man halt sagt, der Typ arbeitet da dran mit dem Typen. Das sind die Game Designer. Die haben schon mal ungefähr sich das und das als Regelwerk ausgearbeitet. Wir hauen einfach mal ein Beta als freies PDF raus. Spielt das doch schon mal und guckt mal, ob euch das gefällt. Wir machen mal eine Kundenumfrage. Welche Armeen, welche Fraktion wünscht ihr euch unbedingt zurück? Was sollte ergänzt werden? Was braucht nicht ergänzt werden? Hätte man machen können. Man hätte Szenarien rausbringen können auf der Warhammer-Community-Seite. Man hätte so viel machen können. Stattdessen hat man uns dreieinhalb Jahre lang wirklich mit der Karotte an der Angel wie den Esel durchs Dorf getrieben und immer wieder häppchenweise völlig unbedeutende Sachen rausgemacht. Das Erste, was wirklich Substanz hatte, war halt bei Warhammer Fest, was dieses Jahr gesagt wurde, dass es die alten Figuren wiedergibt, dass einige neu kommen und gut ist. Alles das macht die Menschen doch glücklich. Du hättest Kunden haben können. Wäre ich das gewesen, hätte ich eine neue Halle gebaut. Wir haben ja alle Spritz- und Gussformen haben wir. Davon gehe ich aus. Hätte ich eine neue Halle gebaut. Es braucht ja nicht das Amazon-Standort-Ding hier in Ladsen oder so zu sein. Es kann ja eine kleine Halle sein mit zehn Spritzmaschinen. Und dann nehme ich die Formen und einen Mitarbeiter und der betreut das und dann wird das da rausgehauen. Wir brauchen auch nicht unbedingt die super neuen Kartons bedruckt. Wir können auch sozusagen diese normalen weißen Warhammer oder Age of Sieg, was auch immer Kartons, einfach irgendwelche Kartons nehmen. Und dann kannst du das in den Online-Shops stellen, den die Games Workshop ja selbst hat. Die brauchen noch nicht mal einen Rückgriff auf die Distributionskette zu allen Hobby-Läden. Die können das selbst aus dem Internet heraus verkaufen einfach. Das wäre auch ganz, ganz simpel gewesen. Und hätte jeder, der Bock gehabt hätte, einfach mal bei Games Workshop und Online-Shop sich die Sachen gekauft, auf die er Bock hat und gut ist. All das passiert nicht. Stattdessen machen die in dreieinhalb Jahren im Prinzip nichts. Das verstehe ich nicht. Dann hätte man uns in Ruhe lassen sollen. Sagen halt, lebt damit, ist so fertig. Genau, genau. Das hätte ich auch den deutlich besseren Weg als den deutlich besseren Weg empfunden. Aber ja, das ist wieder, spricht wieder auch ganz klar für die Theorie, die Leute warm zu halten sozusagen. Weil anders kann man sich das dann irgendwann auch nicht mehr erklären einfach. Weil das macht ja auch einfach absolut, auch marketingtechnisch macht es doch gar keinen Sinn, ein Produkt, was man irgendwie rausbringen will, wo es ja wirklich auch um Verkaufszahlen geht, so auf die lange Bank zu legen irgendwie. Also das ist absolut nicht nachvollziehbar. Ja, ich finde diesen Weg, den Games Workshop, der momentan geht, den kann ich nicht nachvollziehen. Den kann ich als Konsument nicht nachvollziehen. Dass man da so lange so an der Angel gehalten wird. Ich sag mal, selbst, selbst so ein Spiel wie Star Citizen zum Beispiel, das hat irgendwann klar angefangen so als, ne, schau mal hier, wir haben hier einen Rendertrailer gemacht und wir haben die Leute heiß gemacht. Aber die haben jetzt irgendwann mal auch Sachen abgeliefert. Also die man auch wirklich dann auch nutzen kann in diesem Spiel. Und haben den Leuten auch gezeigt, hey, eure Kohle ist auch wirklich angekommen in dieser ganzen Geschichte. Ja, und vor allen Dingen, die sind ja in allen Dingen, die sind ja in dem gesamten Entwicklungsprozess. Das muss man denen ja auch zugutehalten. Ob das alles stimmt, was die erzählen, weiß man ja nicht. Das muss man denen schon glauben. Aber die sind extrem transparent. Ich, ja. Es gibt immer den aktuellen Entwicklungsstand des Spiels, transparent zu sehen und welches Geld wohin fließt und so. Also es wird von denen alles entsprechend kommuniziert. Also das ist jetzt nicht so, dass die da ein Geheimnis drum machen, ne? Nein. Sondern die sagen, okay, wir finanzieren uns durch die Community und deswegen soll die Community auch genau wissen, was da stattfindet. Jetzt ist es hier natürlich ein bisschen andersrum. Bei Games Workshop, so die entwickeln erst das Produkt und finanzieren sich dann durch die Community. Nicht wie es jetzt bei Star Citizen quasi umgekehrt läuft. Aber nichtsdestotrotz, es kann doch nur im Interesse eines Unternehmens sein, was Produkte verkauft, dass die Kunden glücklich sind. Und ich glaube, dass die Fans von Star Citizen, die halt genau das sehen und dann auch wirklich, es gibt ja Leute, die tausende von Euros in irgendwelche Raumschiffe investieren. Ja, ja. Ja, ist ja einfach so. Ist ja einfach so. Gibt es einfach diese Leute und die sind total glücklich und die sehen halt, wie dieses Spiel wächst und kriegen Eindrücke und hinter den Kulissen. Also gibt es überhaupt so öffentlich einsehbare Videos von Games Workshop, wo mal einer durch die Produktionshalle läuft mit einer Kamera oder so? Wüsste ich jetzt nicht. Kann sein, aber habe ich noch nicht von gehört, dass es sowas gäbe. Aber am Ende des Tages ist das doch genau das, was man als Kunde sehen möchte. Das schafft ja Vertrauen. Ich kann sagen, Wild War 35 oder 36, also der deutsche Wild War 35 oder 36, aus dem gefühlt Oktober 1999 oder 98. Da waren tatsächlich mal große Modelle aus dem Produktionsprozess für Figuren zu sehen. Ansonsten kenne ich überhaupt keine Innenaufnahme von Games Workshop. Nee, die lassen sich dann nicht wirklich in die Karten gucken, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Ich sage mal sowas wie zum Beispiel Mantic, die jetzt ja, Phil, wir haben uns letztens drüber unterhalten, mit ihrem Mantic Vault da 3D-Druckdateien anbieten, dass man also gar nicht mehr die Wahl, also man hat jetzt die Wahl, das will ich damit sagen, sich die Dinger selber zu kaufen oder selber zu drucken. Also fertig produziert oder ich produziere mir sie zu Hause über meinen 3D-Drucker. Das ist eine mega geile Geschichte. Ich habe Bauklötze gestanden, als ich diese Ankündigung gesehen habe. Da kann man mal hinter die ganze Geschichte gucken. Games Workshop macht da so ein Geheimnis draus, als ob die da irgendwie, keine Ahnung, Raketenwissenschaft betreiben oder ein UFO entwickeln oder I don't know. Was ich nicht verstehe, ist halt, dass es aus der Sicht dieses Unternehmens offenbar so ein Entweder-oder-Charakter gibt halt. Und da kann ich nur das sagen, was, ich glaube, das war Qui-Gon gesagt hat halt. Das müssen Sith sein, denn nur Sith kennen Extreme halt. Schön, schön, ja. Es muss doch auch einen vernünftigen Mittelweg geben. Games Workshop ist ja, es ist ja bei weitem nicht so, dass Games Workshop nur Scheiße macht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Games Workshop macht auch Sachen super. Nehmen wir die Leviathan-Box. Die Leviathan-Box als solche waren gut. Der Marketing-Hype darum war vielleicht ein bisschen überzogen halt. Aber das Produkt selbst ist gut. Und da habe ich auch aus Preissicht, der Preis ist mir persönlich sowieso scheißegal mittlerweile halt. Aber auch objektiver Sicht, muss ich sagen, ist der Preis auch völlig angemessen. Das geht klar. Das ist in Ordnung und das ist fair, dass es Kunden auf gleicher Augenhöhe behandeln. Was ich aber nicht, nicht verstehe, ist halt, wie ist es möglich, dass jetzt, wenn ich jetzt Warmer 10. Edition spielen möchte, dann brauche ich die Kernregeln, die kann ich runterladen. Also wenn ich jetzt nicht die gesamte Leviathan-Box habe, nehme ich die Kernregeln, muss ich runterladen. Monitor und Primer, glaube ich, oder hier dieses Handbuch mit dem Pumpen, muss ich runterladen. Und die ganzen Indexkarten, muss ich runterladen. Was mir persönlich total auf den Sack geht, ist, dass es jetzt die ersten Errater dafür schon gibt halt. Also die Karten, die ich jetzt tatsächlich habe, die kann ich auch schon erratieren halt. Und das ist eine fehlerhafte Produktplanung. Also schlicht und ergreifend, das Produkt ist mangelhaft. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich hoffe, dass irgendwann mal sich irgendein Idiot findet, der Games Workshop tatsächlich verklagt. Wobei das ja gar nicht so einfach ist, weil du ja erst mal gegen deinen Händler vorgehen musst. Das heißt, das musst du schon bei Games Workshop gekauft haben. Und dann einfach mal sagen halt, ich fange jetzt an, den Preis zu mindern. Und dann sagt Games Workshop, was machst du? Du kannst doch mal unsere PDF ausdrucken und auf deine Karten kleben. Dann sage ich, nein, das war nicht der vertragliche Zweck. Ich möchte die Karten zum Spielen haben. Ich möchte die nicht bekleben. Und wenn ich die schon dann falsch sozusagen aus der Druckpresse bekomme, dann möchte ich gerne weniger dafür bezahlen. Das ist dann angemessen halt. Und die dann wirklich, wirklich von Kadi zuziehen halt. Das macht natürlich kein normaler Mensch. Selbst mit einer Rechtsschutzversicherung machst du das nicht. Nein. Weil das hier um 5 Euro geht. Aber das Prinzip, das dahinter steckt, und wenn du alle Kunden und alle Kunden mit 5 Euro zusammennimmst, ist das richtig coole, bei was bei Games Workshop ankommt. Und das ist nicht fair, was die machen halt. und das wissen sie, dass dieses System aufgrund der Komplexität auch so anfällig ist, aber dann soll sie es von vornherein anders bedenken halt, sodass es Fehler besser verkraftet hat. Und das können sie besser machen. Definitiv. Was ich mir als Konsument, wo ich mir dermaßen in den Arsch beißen würde, wäre folgende Situation. Ich habe mir im Games Workshop, habe ich mir die Datacards gekauft, habe die zu Hause hingelegt. Und was haben wir letztens gesagt? 285 Datacards, allein für die Space Marines, glaube ich. Meine ich, gehört zu haben. Ja. 280, 285. Das ist ihre Mehrheit. Das Index-PDF für die Space Marines ohne die eigentlichen Chapter, das sind also nur quasi die Space Marines an sich, sind 250 Seiten. Okay, 250 Seiten. Auf jeden Fall. Also da sind, und ich weiß nicht mal, ob da überhaupt eine Indexkarte pro Seite ist. Also ich glaube, es ist nicht mal eine Indexkarte pro Seite. Okay. Nee, ist weniger. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei der 10. Edition ist in Bezug auf die Karten, die man halt, ich sage jetzt mal, als DIN A5 im Laden kaufen kann, die wirklich gedruckt sind und die da nachher drin sind und so weiter. Egal, wie viele da drin sind. Ich habe das Ding jetzt gekauft. Meinetwegen für die Space Marines. Ich nehme die mit nach Hause und sehe am nächsten Tag quasi, hey, wir haben Updates gemacht in den Datacards. Kannst du die online, kannst du die runterladen als PDF und kannst du die ausdrucken. Da fühle ich mich als Kunde verarscht. Da fühle ich mich verarscht. Ich habe gerade Geld ausgegeben, so nach dem Motto, weil ich eine hochwertigere Geschichte haben möchte, so nach dem Motto, als 80 Gramm Druckerpapier hier über den Epson gedruckt mit Tintenstrahldrucker. Und dann kommt da so eine Sache bei raus. Boah, ich weiß nicht, ey. Das macht mich schon so fuchsig, wenn ich so alte Rollenspielgeschichten kaufe. Das habe ich auch mal gehabt. Ich habe mir irgendwann ein Rollenspielbuch gekauft und gesagt, boah, geile Nummer und so weiter. Und jetzt, ich glaube, zwei, drei Tage später kam, hey, wir haben irgendwie so eine Ankündigung, Edition 2 kommt raus. Und dann noch das volle Geld bezahlt, ne? Also, boah, ey, ich war echt bedient, ne? Aber Hauke, weißt du, was mich gerade so interessiert? Du hast vorhin gesagt, so Thema Epic zum Beispiel, ne? Wenn wir dieses ganze Ding jetzt noch mal komplett von vorne aufrollen, diese Informationspolitik, dieses Gebaren von Games Workshop, und das projizieren wir jetzt mal auf die Geschichte von Epic. Wieso klappt das bei Warhammer Epic, was die jetzt quasi für die Horus Heresi rausbringen? Wieso klappt das da? Mit Bildern, mit, wir haben das, guck mal, hier sind Nahaufnahmen von den Bildern. Du findest die und die Space Marines auf den Bases. Also, man muss ja zunächst erst mal festhalten, dass Epic ja wirklich wie Kai aus der Kiste hier gekommen ist. Das hat ja wirklich keiner ernsthaft vorhergesehen. Und ich kann nur sagen, als ich Epic gesehen hab, also, das war natürlich supergeil, halt. Oh, was geht jetzt? Epic kommt! Hauke, ich will gar nicht wissen, wie lange du dafür gebraucht hast, diesen Soundeffekt einzuspielen. Geiler Typ, lass uns drin. Nein, ich hab mich super gefreut, als auf einmal Epic rauskam, Alter. Es wird natürlich nicht wie Epic Embrogeton oder Epic 40.000 sein. Es wird ein neues Spiel sein. Das ist auch in der Horus Heresi angelegt, wie im Prinzip damals die erste Variante Space Marine, respektive Adeptus Tikanikus. Alles gut. Total geil. Und das meine ich, mit Games Workshop macht nicht nur Scheiße. Das haben die richtig geil gemacht. Echt, wirklich, richtig geil. Wenn man dann die Kritik auf dem Brückenkopf gelesen hat, an dieser Ankündigung unter Box und so weiter und so fort. Ja, meine Güte, kann jeder halten wie ein Dachdecker. Aus meiner Sicht ist das supergeil, was die da gemacht haben. Habe ich so einen Bock drauf und ich bin so all in echt. Also ich werde mir mindestens zwei Grundboxen kaufen, gnadenlos. Und ich fange jetzt schon an, Geld zu sparen für Adeptus Tikanikus, weil ich jetzt auch meine alte Adeptus Tikanikus-Box klar machen muss und endlich ein Ziel habe. Siehe agnostische Figuren. All das, ich bin komplett an Bord. Man hat mir eine große Freude damit gemacht. Im Gegensatz dazu ist diese quälende Sache mit Warm of the Old World ist einfach eine Hängepartie, die mich, ich will nicht sagen, dass mich das krank macht, aber das macht mich echt sauer. Echt, also langsam habe ich da keine, kriege ich einen Hals bei halt. Kriege ich keine gute Laune, kriege ich einen Hals bei. Und ich glaube dir, der Unterschied zwischen beiden Systemen, oder besser gesagt beiden Veröffentlichungssystemen, wie man sich der Sache, dem Produkt erscheinen halt genähert hat, ist glaube ich einfach darin begründet. Und nun halte ich mit dem Zweifel des Vorteils für Games Workshop halt nicht die zynische Erklärung, sondern einfach, dass man es nicht besser gewusst hat. Dass man da aus welchem Grund auch immer innerhalb dieses Unternehmens einfach kein vernünftiges Gesamtkonzept zu The Old World jemals gebildet hat, sondern irgendwie was Halbgares, immer von heute nach morgen getragen hat und einer sollte mal dies machen, dann baut ein anderer mal irgendwie so einen komischen bretonischen Standanträger. So ziel- und planlos irgendwie halt. Und ich glaube nicht, dass die Leute uns, die Kunden wirklich verärgern wollen. Also das ist sinnwidrig halt. Aber dass man einfach sich nicht gewahr ist, welche Außenwirkung das hat. Oder dass zumindest die Leute, die sich dessen gewahr sind, nicht durchsetzen können halt. Und nehmen wir mal zwei Beispiele. Da hast du halt so eine Art Pitch-Gespräch. Da kommst du als Game-Designer halt an und da sitzt da halt so ein Typ mit Zylinder-Zigarre, der übelste Kapitalist auf der Welt. Und du sagst halt, wir müssen für unsere Fans ein neues Spiel machen. Und dann sagt der halt, ja, welches der? Dann sagst du halt, ja, wir hatten mal ein Spiel, das haben wir eingestampft. Aber das ist, glaube ich, doch ziemlich gut. Das war wohl ein Fehler. Und dann soll dieser Kapitalist das auf einmal selbst verantworten, diese Produktentscheidung. Der wird die Finger davon lassen, weil er halt in seiner eigenen Karriere interessiert ist und nicht am Unternehmen oder gar an der Kundschaft. Wenn du dementsprechend zum Kapitalisten kommst und sagst halt, pass mal auf, wir müssen ein neues System auf den Markt bringen. Ja, welches? Denn ja, epic. Ja, das lief damals total geil. Keiner weiß eigentlich, warum wir damit aufgehört haben. Mega, mach mal. Ja. Und ich glaube, das ist so verkürzt genau das, was abgegangen ist. Ja, ja. Klingt sehr plausibel auf jeden Fall, weil das ist ja auch wirklich so eine Sache, da sind ja auch nach wie vor alle noch hinterher. Wenn du dir im Größenverhältnis anguckst, was ein Epic-Modell heute auf Ebay wert ist, so gerade die alten Metallfiguren. Wenn du das dann mal ins Verhältnis setzt von dem Größenunterschied zu einem Warhammer 40k klassischen Modell, dann ist das ja wirklich eine, da kann ja Goldgräberstimmung aufkommen, sag ich mal. Wenn man da irgendwie eine Kiste auf dem Dachboden findet und das ist total mit Sicherheit genauso wahrscheinlich auch gewesen, weil man kann sich ja einfach die Folge über Warhammer Fantasy und warum es gescheitert ist nochmal anhören. Da hat ja Hauke auch sehr ausführlich darüber, sag ich mal, gefachsimpelt, was wohl die Gründe gewesen sein können, weil es muss ja Gründe gehabt haben. Das macht man ja nicht einfach so aus Langeweile, so ein System mal eben zu töten und das ist sicherlich genau der Grund, warum auch dieses Revival so schleppend ist. Das ist total plausibel auf jeden Fall. Ihr werdet lachen, aber ich hab jetzt mir echt überlegt und das war auch wieder so eine Art Hypetrain. Ich hab beim Brückenkopf hab ich gelesen, dass sich einige Leute jetzt so ein Aeronautiker imperiales Thunderhawk kaufen, bevor er ausverkauft ist. Und ich saß gestern Abend vor meiner Xbox und war so am Jedi Survivor spielen und hab gedacht, von wegen, mach's mir in 5 Minuten Pause und ich nehm mein Handy und komm nochmal auf diesen Beitrag zurück, der beim Brückenkopf dann da aufgelaufen ist und ich habe mich dabei ertappt, wie ich nach diesem Thunderhawk gesucht habe und Jungs, ihr werdet es nicht glauben, ich war fast drauf und dran zu sagen, er ist eigentlich ein geiles Modell und wenn du den einfach nur auf dem Schreibtisch stehen hast, angemalt in den Farben deines Ordens, das wäre ja eigentlich ein geiles Modell. Ich war versucht, diesen Thunderhawk zu kaufen und je mehr ich drüber nachdenke, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich da richtig Bock drauf hab, das Ding einfach zu kaufen und mir das hier hinzustellen. Diesen kleinen Thunderhawk. Ja, zu Recht auch. Zu Recht, ist ein super geiles Modell. dass die Leute jetzt Angst haben, dass Epic quasi den Tod von Aeronautica Imperialis bedeutet. Das hab ich auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass viele jetzt gesagt haben, ja toll, jetzt bringen die Epic raus, dann können wir unser geiles Aeronautica Imperialis ja wieder vergessen halt. So ungefähr. Muss man ehrlicherweise mit rechnen, ganz stumpf gesagt. Ich glaube, dass das so passieren wird, dass das wieder so eine Art Blase ist, was Games for Workshop wieder gemacht hat, vorfühlen. Inwieweit ist die Kundschaft bereit, dafür Geld auszugeben für? Okay, alles klar, man hat gesehen, dass mit Titanicus das funktioniert hat. Hm, jetzt müssten wir erneut, ich sag jetzt mal, 25.000 Boxen nochmal ordern. Macht das Sinn, dann 25.000 Boxen zu ordern. Und die gehen nachher nicht weg. Oder bringen wir die Leute vielleicht da hin und sagen, hey, passt mal auf, alles klar, wir bringen euch ein Epic. Und machen da wieder dann halt mehrere Boxen mit. Das könnte auch eine Entscheidung gewesen sein, die da oben vielleicht getroffen werden wollte. Was mich persönlich wundert, ist halt, dass in der Epic-Grundbox zwei Scout-Titanen drin sind. Da habe ich keine vernünftige Erklärung für. Die, na doch eine, und zwar, dass die Leute, die Adeptus Titanicus spielen, dass die mit der Box auch geboren was anfangen können. Aber aus meiner Sicht hätte es doch gereicht, sich die andere Box dann zu kaufen halt mit den Titanen halt. Also wenn ich mit Space Bridge spiele will, brauche ich nicht unbedingt Titanen. Und dann hätte man Oldschool-mäßig halt einen Warlord reinpacken können oder einen Reaver oder so. Das hätte aus meiner Sicht mehr Sinn gemacht. Ich glaube, man muss sich darüber klar sein, dass das halt kein 40.000 Spiel sein wird in Epic-Russe, weil einfach die Xenos letztendlich fehlen. Und die ganzen anderen Flieger, die wir ja bei Aeronautiker Imperialis haben, die sind im Prinzip 10.000 Jahre später angesiedelt. Da kann man sagen, okay, die Orc-Fighter, das macht jetzt keinen Unterschied oder genau genommen die Elder-Fighter, das ist auch egal, für die Elder ist das alles die gleiche Woche halt. Also die kannst du halt im Prinzip auch verwenden, aber es setzt natürlich voraus, dass es dann irgendjemand mal auf die Idee kommt, dann bei Horace Heresy eine Armeeliste für die Xenos-Fraktion zu schreiben. Da würde ich nicht drauf vertrauen im Moment. Also das sehe ich nicht. Genauso wenig sehe ich auch, dass der Thunderhawk, also der Thunderhawk-Gunship, ja, gab es eine Horace Heresy, aber eigentlich hätten es Stormbirds sein müssen. Also wenn man das wirklich ernsthaft spielt. Wenn man es ernsthaft spielt. Und von daher, ja, Thunderhawk macht Sinn, aber auf der anderen Seite kann man sagen, also das Modell ist wirklich als Modell, das wirklich jeder haben sollte. Also ganz klar. Aber ich finde, das ist auch alles nicht so schlimm, wenn das, und davon gehe ich aus, dass Epic ein Rumpfspiel sein wird, dass man zwar so gut spielen kann, aber das uns nicht die Möglichkeiten eröffnet, die wir von 40k zum Beispiel gewöhnt sind. Ist egal. Weil die Community wird Armeelisten schreiben und SDL-Dateien dazu machen. Oh ja. Und da kann ich mir das Fehlende dazu zusammenziehen. Wichtig ist, dass es ein Kern gibt für dieses Spiel, das unterstützt wird. Und alles andere ergibt sich dann. Ja, oder mal abwarten. Ich weiß gar nicht, Phil, wie sind momentan, vielleicht weißt du das, der Stand bei One-Page Rules in Bezug auf Epic-Größe? Grimdark Future? Einen aktuellen Stand habe ich tatsächlich dazu nicht. Ich weiß, dass es nach wie vor geplant ist, sowas rauszubringen, auf jeden Fall. Also das ist nicht irgendwie abgesagt oder irgendwas Thema. Das ist nach wie vor in Planung definitiv, das weiß ich ganz sicher. Aber wie jetzt wirklich jetzt gerade so der Stand der Entwicklung ist oder so, da müsste man wahrscheinlich mal einfach beim nächsten Designer-Talk oder so machen. Die haben ja da immer so offene Q&A-Runden, wo man halt einfach mal seine entsprechenden Fragen stellen kann. Auch gar nicht, ob das nur für Patreons ist oder nicht, aber müsste ich mal im Nachgang der Folge mich nochmal schlau machen. Also bin ich jetzt zur Zeit leider komplett überfragt, zumal ich auch sagen muss, dass das ein Thema ist, weil ich damit ja noch gar keine Berührungspunkte hatte, außer, dass ich da mal ein paar Minis hatte. Dass das jetzt mich bisher auch nicht so begeistert, dass ich jetzt da heiß auf die Infos wäre. Also ich hoffe, dass man mit einem von euch dann oder mit euch beiden vielleicht sogar mal spielen zu können. Ich würde auf jeden Fall auch, wenn jetzt Epic neu rauskommt, mir so eine Box dazu gönnen, auf jeden Fall, weil ich da auch einfach interessiert dran bin. Und Horror Serious, die ist ja sowieso ziemlich cool und spannend, grundsätzlich mal. Also da vielleicht auch mal so die ein oder andere Schlacht nachzuspielen, reizt mich dann doch schon. Aber ansonsten habe ich da auch gar keinen Plan. Ich wollte gerade sagen, Phil, was mich bei dem neuen Epic so ein bisschen abtörend sind, ehrlich gesagt, die Minis. Also ich habe keinen, wie soll ich das sagen, kennst du das, wenn du dir oder wenn du dich im Laden befindest und du gehst so stöbern und plötzlich springen dich Miniaturen an. Es springen dich Boxen an, wo du sagst, Alter, what the fuck, was ist denn das für ein geiler Scheiß? Du nimmst das mit und ich sprich dieses Industriedesign, sprich dich einfach an. Weißt du, ich finde auch so ein Eurofighter ist sexy. Habe ich tatsächlich gerade auf dem Tisch. Witzigerweise, es war ungeplant und zwar ist das ein Grotec von Stargrave. Eigentlich wollte ich die Centerbots haben für meine Truppe, weil ich das irgendwie cool fand und dann habe ich dieses Lebewesen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, dieses Lebewesen da entdeckt, diesen Grotec und dachte, boah, geil, der passt doch auch richtig gut zu deinem Chef dazu, so als Begleitmonster irgendwie. Fand ich die Idee ganz cool, weil der ja auch so ein bisschen grobschlechtig geworden ist und dann habe ich den auf einmal mitgenommen. Weißt du, und das ist genau das, was ich meine. Mich tören diese Figuren von Epic in der Horus-Heresi-Reihe tören mich nicht an, sodass ich sagen muss, hey, da muss ich eine Box von haben. Vielleicht einzelne Boxen, wo ich sage, hey, das Design gefällt mir und vielleicht hole ich mir ein Regelbuch dazu und suche alternativ irgendwo andere Figuren und spiele dann Count S. Aber dass ich jetzt sagen würde, boah, die Figuren in dieser Horus-Heresi-Epic-Box, die sind so genial, die haben so für mich dieses Sexiness, was ich gerade sagte, so dieses Industriedesign, wo ich sage, boah, das geht mir voll ab, das ist richtig geil. Das habe ich bei den Figuren nicht. Aber verstehe ich. Also, ich meine das zu erinnern, aber ich kann das nicht mehr mit einem Brusthunde Überzeugung sagen. Das ist auch fast 30 Jahre her, dass ich das letzte Mal Space Marie gespielt habe. Ich glaube, das ist im Prinzip eine Blaupause für One-Page-Rules. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass man als allererstes im Turn eine Kommandophase hatte, bei der man seinen Einheiten verdeckte Befehle gegeben hat mit Befehlsmarkern und im Nachgang zu dieser Befehlsphase sind dann, glaube ich, wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, das ist sogar abwechselnde Aktivierung der Seiten gewesen, indem man Befehlsmarker aufgedeckt hat und den entsprechenden Befehl durchgeführt hat. Und Bezugspunkt war dabei nicht die einzelne Einheit, sondern der einzelne Kampfverband. Und das hatte zur Folge, auch das meine ich zu erinnern, dass man wie bei One-Page-Rules Waffengruppen gebildet hat, um auf den Gegner zu schießen, sodass man nicht mit Beutern gegen Titanen schießen musste. Das wäre völlig sinnwidrig halt. Und von daher habe ich das als ein sehr, sehr herausforderndes, angenehmes Spiel in Erinnerung. Was natürlich eine sehr idealisierte Erinnerung ist, denn man muss sich ernsthaft fragen, wieso habe ich es denn nicht so häufig gespielt? Es mag aber auch daran liegen, dass das Spiel damals schon im Prinzip im unbezahlbaren Bereich war, weil man einfach unglaublich viele Sachen brauchte dafür und das schlicht und ergreifend meine finanzielle Kraft überfordert hätte. Insbesondere, wenn du deine ganze Kude schon zu 40k trägst. Würdet ihr denn sagen, dass Epic jetzt mit der Horus-Heresi-Geschichte eher was ist für Leute, die gut verdienen? Ich würde sagen, das ist immer eine Frage der Budget-Einteilung auf jeden Fall am Ende des Tages oder auch der Verfügbarkeit. Also, ist ja bei Warhammer grundsätzlich eigentlich so. Also, wenn man jetzt Tabletop machen will und man denkt, das wäre zu teuer, dann liegt das nur daran, dass man sich bisher nur mit Warhammer auseinandergesetzt hat. Da gab es auch neulich ein sehr, sehr interessantes Video mal wieder von Tabletop-Menieren beziehungsweise Onkel Adam, der auch mal aufgezeigt hat, dass man auch mit unter 100 Dollar ins Tabletop- Wargaming-Hobby einsteigen kann. Was aber erstmal grundsätzlich den Einkauf in einem Warhammer-Store ausschließt. Also, das ist sowieso, sag ich mal, so ein Thema, was glaube ich auch so grundsätzlich einfach, Warhammer ist nun mal einer der, also Games Workshop ist nun mal einer der kostspieligeren Hersteller im Hobby. Und wenn man jetzt einfach nur ein bisschen skirmish machen will, meint er dann auch, ja, dann kauft euch doch so ne Box von Wargames Atlantic da habt ihr dann für 30 Dollar 30 Minis, könnt ihr euch sogar zwei Warbands draus bauen und mit zwei Leuten dann direkt losspielen. Versucht das mal mit einer GW-Box irgendwie hinzukriegen. Ja, aber bei, bei, bei einem Respekt für Onkel Adam. Kurze Antwort ist ja. Ja, aber bei, bei, bei einem Respekt für Onkel Adam. Wir können darüber lange nachdenken, ob das gut ist oder schlecht oder ob das angemessen ist oder nicht. Aber letztendlich, wenn du, überleg das mal aus der Perspektive eines Kindes, das jetzt beim, beim Tennis mitmachen will. Da kommt ein Kind an und sagt, ich möchte gerne Tennis spielen. Ja, du kannst dem Kind halt die Turnstuhl von Aldi geben, du kannst, äh, Opas alten Tennis-Schläger von 1984 holen, kannst du mir Hand drücken und dann noch irgendwie aus so einer, aus so einer komischen H0-Hecke halt ein Schweißband bauen. Du kannst ihn losstehen, du kannst ihn keine Tennis spielen. Zweifelsohne. Auch so der Handl. Das wird, ja, das wird, das wird aber nicht das Erlebnis, das wird nicht das Erlebnis sein, das angestrebt ist. Und, äh, dementsprechend, wenn du, wenn du 40.000 spielen willst, dann möchtest du Games Workshop-Figuren haben und nicht Sachen von Wargames Atlantic. Ähm, nee, das ist klar, das ist klar. Ne? Von, von, von daher sind solche Ratschläge, One-Page-Rules dann gewesen, auf jeden Fall. Natürlich, aber das sind, bei, bei einem Respekt Onkel Adam gegenüber, das sind geistige, ähm, geistige Spiele, die im echten Leben nicht vorkommen. Äh, denn es fängt keiner mit Figuren von Wargames Atlantic mit One-Page-Rules an. Es fangen alle, ja, wirklich alle mit der Grundbox von 40K an. Ja, würde ich auch so sagen. In der Tat. Oder mit einem anderen, mit einer anderen Grundbox eines anderen Spiels. Aber nicht mit, äh, ähm, Miniaturen eines Drittherstellers mit einem, mit einem Regelsystem, was man wahrscheinlich nicht direkt, wenn man Tabletop eingibt, auf jeden Fall als erstes auf der Google-Suche stehen würde. Ja. Nee, das stimmt schon, definitiv, ja. Und jetzt zurück zur Frage, ist Epic etwas für Leute, die gut verdienen? Ich denke, dass Epic gewisse Hürden hat. Ich glaube, dass der Preis nicht dazu gehört. Ähm, einfach deshalb, weil es letztendlich egal ist, ob du 40K spielst oder Epic. Es kostet all dein Geld, das du hast. Alles. Schlicht und ergreifend. Also das, ne? Also am Ende hast du nichts. Das ist das Entscheidende. Ob du dich darüber freust, wenn du dir 10 Sachen kaufst oder ob du dich mehr freust, wenn du nur eine Sache kaufst, ist eine andere Frage. Aber letztendlich, ähm, glaube ich, kommt es auf die Finanzkraft nicht an. Eine davon zu unterscheidende Frage ist halt Gelände. Ich betrachte es als große Hürde für ein zweites System, dass man Gelände von Grund auf neu bauen muss. Und jetzt haben wir sozusagen agnostisches Gelände, ne? Du kannst vielleicht mit viel Goodwill kannst du vielleicht noch Bäume für Epic benutzen. Gebäude schon nicht mehr. Das heißt, du musst neues Gelände bauen. Du wirst wahrscheinlich auch Hügel brauchen. Das ist alles, für einen Veteran ist das alles machbar. Aber wenn du dort neu mit bist, zugange bist, ist es aus meiner Sicht definitiv eine Hürde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Epic-Spieler die Spieler sein werden, die ohnehin schon volles Fund zu 40k committed sind. Und dem sozusagen noch einen draufsetzen und eine neue Perspektive des Hobbys eröffnen. Aber ich glaube nicht, dass es auch nur einen Spieler geben wird, der anstelle von 40k Epic spielt. Ja, das wird ja auch der eine der Hauptgründe sein, warum sie Epic nicht in 40k wiederbeleben, sondern in der Horror-Series. sie, weil die Horror-Series sie ist ja auch meiner Erfahrung nach ein Thema, wo auch der Otto-Normal-40k-Fan vielleicht gar nicht im Thema ist und den das auch vielleicht gar nicht so unbedingt interessiert. Gerade wenn du jetzt irgendwie eh eine Necron-Armee hast und eher so dich für Necrons interessierst oder was weiß ich, Tyranniden, whatever, dann geht dir ja die Horror-Series sie wahrscheinlich, die tangiert dich peripher, würde ich mal so sagen. Diplomatisch ausgedrückt. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, sowieso eher dieses Epic-Revival auch, sag ich mal, das hat als Zielgruppe die Hardcore-Fans und nicht irgendwelche Neueinsteiger. Und ich hab mir immer die Frage gestellt, ey Leute, ja klar, Epic, Horror-Series, ja geil, natürlich, aber warum nicht 40.000 Epic? Das ist doch im Prinzip auch wieder das, worauf die Leute warten. Ist das wieder so ein Testballon, den Games Workshop fährt und dann nachher später sagt, ja okay, alles klar, Horror-Series, Epic lief ja ziemlich, ziemlich gut, dann machen wir es jetzt wie, was ich, Aeronautiker Imperialis und stampfen das dann ein. Ich würde mal gerne Mäuschen spielen, Ich würde einfach mal gerne Mäuschen spielen und bei GW einfach mal einfach mal da reingehen, einfach mal ein bisschen was hören, was die so erzählen. Das werden wir leider nicht können. Ne, leider nicht. Vielleicht ist das auch besser, stell dir mal vor, wir könnten das und dann sagst du, okay, das hab ich schon immer befürchtet, jetzt ziehen wir das gerade, neun Millimeter. Oh, ja, das ist, wollte ich gerade sagen, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Ja, okay, wollen wir einen Haken dran machen an das Thema? Ich denke, ja. Okay, alles klar. Wer möchte dann ein Thema vorgeben, vorschlagen? So ein Thema, was wir da haben können, das weiß ich, damit wir uns ein bisschen wieder hochholen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aus der Versenkung. Phil, du hast vorhin mal gesagt, dass bei dir nicht unbedingt der Platz ist, um eine Spielplatte zu bauen. Das hab ich in der Tat. Und das halte ich für ein Gerücht. Auch du, junger Padawan, könntest bei dir in der Wohnung eine Spielplatte bauen. Und zwar, der liebe Michael Martin von TWS hat uns ja auf der Taktika, falls ihr euch erinnert, durch einen glorreichen Wurf, der, das W20-Wurf ist von mir, auf eine Natural 20, ein kleines Gameboard überlassen, mit Unterschrift drauf und so weiter. Und das steht immer noch hier und das ist immer noch zur Verlosung, wenn wir mal mit der Folge und Michael dann zusammenkommen. Das wird auch sehr interessant, aber das ist für später aufgehoben. Michael hat aber ein Buch gemacht und zwar Bau von Tabletop-Spielplatten. Und da ist nicht nur drin eine riesige Platte von 1,80 mal 1,20 oder irgendwie sowas, sondern auch Tipps für eine generelle Gestaltung von Tabletop-Spielplatten. Und was Michael und das ganze Team dort wieder hervorragend gemacht haben, hat er jetzt wieder in seinem letzten Video gezeigt, wie er so einzelne Seiten vorgestellt hat, was in seinem Buch drin ist. Und unter anderem ging es mir dann auch plötzlich, was mir so ins Auge gefallen ist, die Umrechnung von Maßstäben. Welchen Maßstab will ich darstellen? Wie groß sollte dann irgendwie, sag ich jetzt mal, so ein Zentimeter in X sein? Und so weiter. Da tue ich mich immer sehr, sehr schwer mit. Und er zeigt zum Beispiel, wie baust du ein kleines, ich sag jetzt mal, 40-40-Spielfeld für Necromunda zum Beispiel. Wie baust du Teile dafür? Wie begrünst du das? Wie kriegst du die und die Farben dann hin? Was wirkt zusammen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Kickstarter ist durch. Und ich glaube, die Bücher sind so langsam, aber sicher in den Druck. Und eventuell geht noch ein Late Pledge, wenn man sich das mal anguckt, bei Kickstarter. Und ich bin sehr, sehr hyped auf das Buch. Weil sein erstes Buch über die gesamten Materialien und Arbeiten mit Styrodur zum Beispiel, mit Styrocutter. Und wie machst du das mit Steinen? Und welche Maße nimmst du? Und was weiß ich nicht, was alles. Das war schon mega, mega gut. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das neue Buch mit den Spielplatten. Und dafür wirst du mit Sicherheit auch fündig, dass du dir so kleine Boards dann auch bei dir selber spielen und bauen kannst, dass du dort sagen kannst, hey, ich hab ein Board gebaut. Kommt mal vorbei, wir zocken und grillen. Übrigens, grillen geht immer. Weiß nicht, habt ihr davon irgendwie mal was gehört von seinem Buch? Habt ihr euch den Kickstarter mal angeguckt? Ja, das hab ich auf jeden Fall mitbekommen. Aber ich muss dir trotzdem leider widersprechen, weil, also, es geht mir nicht darum, also, im Prinzip ist es halt so, ich hab keinen Ort, wo ich die hinstellen kann, diese Platte hinterher. Ich brauche irgendwas kleines, kompaktes und das kann mir nur eine modulare Spielplatte bieten, die quasi aus einer Matte oder so ein Stück Pappe besteht. Und deswegen, also, das wird hier einfach, da ist einfach hier echt keinen Platz für. Egal, also, ich könnte vielleicht eine DIN A4 Spielplatte könnte ich hier vielleicht basteln. Nee, guck mal, die Spielplatte, die wir von Michael bekommen haben, die, lass mich jetzt mal lügen, die ist vielleicht 60 mal 40, 50 mal 40. Zentimeter. Ja, noch nicht mal. Noch nicht mal. Müsste ich jetzt hingehen. 40 mal 30, 40 mal 35 vielleicht. Die steht jetzt hoch, ganz steht die bei mir und die nimmt überhaupt keinen Platz weg und die ist echt cool. Und genau so eine Spielplatte für, ich sag jetzt mal, so eine kleine Geschichte, Firefight oder wie du das gerade gehabt hast mit deiner Geschichte, die du mit diesem Reddit-User da quasi übersetzt hast, ich glaube, das wäre doch eine perfekte Geschichte. Mir geht's im Prinzip darum, dass, ich sag jetzt mal, auch Platz in der kleinsten Hütte ist, dass man auch solche Sachen dann auch basteln könnte. Nicht, dass man es muss, aber dass man es machen könnte und da gibt Michael richtig geile Tipps für, wie sowas dann auch gelingen kann. Finde ich super geil. Zwei Anmerkungen dazu. Selbst ich habe in meiner kleinen Studentenputze das geschafft, eine 1,80 m x 1,20 m Platte unterzubringen. Und das habe ich so gemacht, dass ich halt mir drei Platten gekauft habe, 1,20 m x 60 cm und da dann grüne Grasfläche aus dem Eisenbahnshop da drauf geklebt habe und gut war. Dann hast du heute noch zwei Holzböcke genommen, zwei Bretter, Holzböcke hin, Bretter drauf, auf die Bretter halt dann die Platten. Ein ähnliches System habe ich heute noch, das ich verwende. Und diesen ganzen Kram kannst du abbauen und im Prinzip unters Bett schieben und fertig halt. Alles gut. Ich persönlich sehe keinen Sinn da drin. eine 40 x 60 cm Platte zu bauen. Also was soll ich denn da drauf spielen? Das kleinste denkbare Spielfeld, also das KDS, ist aus meiner Sicht 1,20 m x 1,20 m, also 4 x 4 Fuß. Darauf kannst du ein Necromunda spielen und alles andere auch und wenn du weniger Platz brauchst, gut war, dann kannst du halt noch die Würfelbox daneben packen. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, was Michael betrifft, ist er sicherlich eine der herausragenden, also neben Dice Dennis, eine der herausragenden Gestalten unseres Hobbys. Und was Michael betrifft, bin ich jedes Mal wieder verblüfft, was der für Ideen rausgräbt. Als der auf einmal anfing und sagte, ich brauche eine Trockenbürstpalette. Er sagt, was brauche ich, Alter? Was? Ja, du musst auf dem Styropor anfangen, halt das abzustreifen und nicht mit dem Taschentuch halt. Da dachte ich so, okay, gut. Und das hat ja alles Hand und Fuß, was der macht, was der recherchiert, ist unglaublich. Und was ihn besonders nochmal heraushalt, ist es halt, dass er ja einfach ein wirklich zugänglicher, netter, freundlicher Typ ist halt. Ich freue mich auch darauf, ihn nächstes Wochenende zu sehen. Da werde ich ihm das mal alles persönlich sagen und dann irgendwie ein Bier anhängen oder so. Mal gucken halt halt. Also auf jeden Fall. Und seine beiden Bücher haben garantiert, das ist ja nicht nur das Spielplatten-Ding, sondern auch das Gelände-Bau-Ding, haben ganz klar das Potenzial zum Klassiker. Ja, das ist ein Standardwerk, was ich hoffe, dass sich das etabliert. Ich kann das nächste Woche mal das Styrodur-Buch mal mitbringen. Da könnte man einen Blick drüber haschen. Ich finde, das ist wirklich genau so erklärt, wie man es eigentlich braucht. Michael erklärt das von wegen so, welche Materialien hast du? Genauso wie in seinem neuen Buch jetzt auch. Welche Materialien hast du? Welche kannst du verwenden? Was macht welche Situation gerade super einsetzbar für das Produkt? Was solltest du lassen? Was kannst du auf jeden Fall machen? Was brauchst du dir nicht kaufen? Was solltest du dir kaufen? Das sind solche Geschichten, die sind da mit drin. Und ich glaube, dass das genau diese Sachen sind, die Einsteiger genau für diese Geschichte brauchen. Wenn jemand sagt von wegen, ich habe keinen Bock mehr auf eine Neopren-Matte zu spielen, ich möchte jetzt mal ein Gelände mal machen. Und ich glaube, dann ist das genau der richtige Einstieg, wenn man sich mit diesem Thema näher beschäftigen möchte. Vor allem, das ist ja alles fronterprobt, was er macht. Das hat ja auch einen Grund, warum er das als Buch herausbringt und nicht nur als PDF. Mal ernsthaft, wenn man mal unten im Keller in der Werkstatt, wo auch immer gestanden hat und Gelände gebaut hat, das Ganze besteht im Prinzip aus einer Arbeitsfläche, die erschöpft sich von 20 mal 20 Zentimeter und da drumherum ist ein Bohai von allem möglichen Zeugs. Styropor, Farbtöpfe, alles Mögliche, es ist ein riesen Chaos. Und das ist wirklich das Allerletzte, was du in dem Moment brauchst, ist ein wie auch immer gearteter Computerbildschirm, auf dem du guckst, wie du das jetzt anmalst. Du brauchst dafür ein Buch halt. Und genau so, das ist halt, es ist halt aus der Sicht des Anwenders geschrieben. Und das ist halt so einzigartig dabei. Also wenn ihr da draußen noch nicht was davon gehört habt, geht nochmal bei Kickstarter gucken. Ich meine, es sind noch Late Pledges verfügbar. Wenn nicht habt ihr Pech gehabt, müsst ihr warten, bis das Buch regulär im Handel kommt. Und wenn es dort kommt, dann möchte ich euch das wärmstens ans Herz legen. Holt euch das einfach mal. Und vielleicht macht Michael jetzt ja nochmal eine neue Auflage mit seinem Buch über Styrodur. Das sind durchaus Dinge, die man nicht nur für Gebäude oder irgendwie sowas gebrauchen kann, sondern wenn man einfach mal sagt, hey, ich möchte ganz gerne irgendwie ein kaputtes Teil, so wie ich es zum Beispiel habe, gerade aus meinem 3D-Drucker. Hauke, wir haben vorhin drüber gesprochen in der Voraufnahme, ja, macht da irgendwie ein kaputtes Geländeteil von oder sowas. Und ich sagte, ja, okay, alles klar. Diese Mauerreste könnten wirklich so umgefallen irgendwie wirken oder sowas. Das sind dann Sachen da drin, wo ihr sagen könnt, hey, dieses Wissen aus diesen Büchern für Styrodurbearbeitung und so weiter kann ich für solche Sachen auch wieder nehmen, um daraus neue Geländestücke zu machen, ohne es gleich wegzuschmeißen. Also von daher, ja, ich lasse euch wissen, was daraus geworden ist, aus diesem kaputten Stück. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Hauke, gehen wir mal rüber vom Gestalten eines Spielbrettes zum Gestalten von Figuren und so weiter. Du hattest mit RNF 22 ja, ich sag mal, das Golden Goal geschossen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, dass viele Leute ja gefragt haben, hey, sag mal, was ist denn eigentlich mit dem RNF 23? Und jetzt kommst du, du hast nämlich was vorbereitet. Genau. Wir machen das natürlich dieses Jahr auch. Und ich hab überlegt, wann wir das am besten ansetzen. Typischerweise, also wenn wir das jetzt traditionsmäßig machen würden, müssten wir genau jetzt loslegen. Nämlich im Juli, Juni, äh, Juli, Juni, August, September. Das sind die traditionellen RNF 22 Monate. Aber, aber die nehmen wir nicht, weil aus meiner persönlichen Sicht, ähm, sich der Winter einfach dazu viel, viel besser anbietet, um Fantasyfiguren anzumalen halt. Da malt man schön seine Waldelfen auf der, auf der schönen Lichtung mit Blumen und so weiter an. Draußen ist halt Schnee und, äh, alles Mögliche. Ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich denke, dass wir RNF 23 dieses Jahr beginnen und zwar im November, November und Dezember, weil im Oktober geht es nicht. Im Oktober ist ja Termindichte, ist ja Orktober. Da müssen wir ja andere Sachen anmalen. Es sei natürlich dann, dass man eine Ork-Armee bemalt, dann kann man das natürlich, das Nützliche mit dem Sinnvollen halt verbinden. Aber ich glaube, ich glaube zwei Monate RNF 23 haut rein, November, Dezember. Also alle schon mal Armeelisten schreiben, Figuren rausholen, runde Bases abreißen, die eckigen Grannen halt, ne? Ihr wisst, was Phase ist. Ab November geht das los. Aber ich denke mir noch was Vernünftiges dazu aus und werde das dann auch vernünftig irgendwie eintüten halt, ne? Nur als Save the Date, sozusagen. Bei uns auf dem Discord ist ja, glaube ich, auch schon dieser Text-Channel mit RNF 23, glaube ich, auch schon betitelt, ne? Soweit ich das gesehen habe. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist in der Tat so. Und da wird auch schon fleißig gepostet. Ja, krass, was die Leute alle für Ideen hernehmen, ne? Das ist total abgefahren. Auch wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, offiziell das RNF 22 beendet hat, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Leute hauen immer noch irgendwelche Sachen raus und hört nicht auf damit. Das ist einfach geiler Scheiß, den ihr da postet. Also von daher haut einfach rein. Das ist mega geil. Aber die Community macht nicht nur RNF 23, sondern, Phil, die Community macht auch andere Dinge, die erwähnenswert sind. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt pünktlich zum Release der Leviathan-Box sind natürlich auch eine ganze Menge Community-Protekte, eine ganze Menge Community-Projekte aus dem Boden gestampft worden. Unter anderem auch von zwei ganz lieben Leuten aus der Community, die sich immer dienstags zum Geisterhauch-Stream zusammenfinden. Der beginnt meistens bei einem von beiden auf dem Kanal und dann wird rübergeradet auf den anderen Kanal. Und das sind einmal der liebe Philipp von Ein Hauch von Nerdigkeit und der liebe Daniel aka Ghostie-Painting. Und die haben sozusagen eine Art Challenge gestartet. Der Philipp bemalt die Tyranniden und baut sich da eine Armee auf. Und der Daniel hat da eine Space Marine-Armee am Start. Und die hatten mich dann auch sozusagen zum Kick-Off-Event eingeladen, netterweise. Und am Ende des Streams sollte ich mich dann auch für eins der beiden Teams entscheiden. Oh, wie ist das? Normalerweise hätte ich jetzt ... Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also wenn es jetzt rein nach der Armee-Wahl gegangen wäre, dann hätte ich natürlich nur eine Antwort möglich gewesen. Hauptsache. Natürlich für den Imperator. Ach so. Nein. Dass ich mich natürlich für den Imperator entscheide und quasi Team Ghostie-Painting werde. Aber aufgrund dessen, dass ich das Ganze überhaupt nur durch den Ein Hauch von Nerdigkeit mitbekommen habe, habe ich dann gesagt, okay, für mich ist nur die einzig faire Entscheidung, mich dann für einen Hauch von Nerdigkeit zu entscheiden. Ja, unser Piwi ist ja auch nach wie vor noch herzlich eingeladen, bei den beiden im Stream einmal dabei zu sein. Das läuft auch noch ein paar Wochen. Also schaut mal gerne vorbei. Das werdet ihr auch bei uns auf dem Discord in den Streaming-Benachrichtigungen mitbekommen, wenn einer von den beiden online ist. Und dann kann man da mal vorbeischauen. Also ihr werdet es nicht bereuen. Das kann ich euch versprechen. Genau. Und du wirst lachen. Ich bin den letzten Dienstag, bin ich da gewesen und saß dann so in meinem Schocko-Stuhl auf dem Sofa und die Mädels haben irgendwie, ich glaube, Grass and Net me geguckt oder irgend so ein Rotz. Und ich habe mich dann bei den Jungs reingeschaltet und allein dann so diese Gesichter zu sehen, so von wegen so, einer von den Dyson Nords ist da. Hallo. Super geil. Und dann bin ich da, boah, lass mich lügen, ey. Halbe, dreiviertel Stunde oder irgendwie sowas bin ich dann da gewesen und habe mir das angeguckt und das sind echt zwei Typen, die sind schwer okay. Muss man ganz ehrlicherweise sagen. Lass denen auf jeden Fall ein Follow da. Unbedingt. Hat keiner mit gerechnet, als ich dann plötzlich da aufgeschlagen bin, so nach dem Motto. Das war, äh, das war, das war schön. Das war schön zu sehen. Die graue Eminenz. Ja, so gefühls schon. Papa Emeritus kommt. Ja, so viel dazu von mir, äh, aber du wolltest doch auch noch, äh, ne kleinen, einen kleinen Schnack hier, äh, zum Besten geben. Ja, einen kleinen Schnack wollte ich auch noch irgendwie zum Besten geben, bevor Hauke gleich den Abschluss macht mit dem Abschlussthema. Und zwar, kennt ihr das, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann sucht man sich ja, sagen wir mal, Ideen im Netz. Und, also im Prinzip sag ich jetzt mal, so Basegestaltung, Farbgestaltung, äh, was kann man machen, was gibt's für Umbauten und so, um sich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen, um die ein oder andere Idee dann auch dementsprechend dann irgendwie auf seine eigenen Figuren zu bringen. Was ja durchaus dann auch zwei, äh, durchaus funktioniert. Also bei mir zumindest. Jetzt ist mir aber immer öfter aufgefallen, dass zum Beispiel gerade bei YouTube es immer mehr Videos aus dem Boden geprügelt werden, wo immer beisteht von wegen so total easy, ähm, paint your miniatures like, äh, äh, like GW in three steps oder, ähm, Phil, wie du's vorhin gesagt hast, total easy, non-metallic metal in three minutes. Und wo ich mich immer frage, von wegen so, Leute, hört auf mit so einem Scheiß. Nichts ist einfach mal eben so, wenn man in einem acht Minuten Video den Leuten versucht zu erklären, wie non-metallic metal funktioniert. Dass man den Leuten innerhalb von drei Minuten ein Video zeigt, wie man, ähm, wie, 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 wie man Leuchteffekte irgendwie malt oder irgendwie sowas. Damit ist den Leuten da draußen ehrlich gesagt nicht geholfen. Ich weiß nicht, wie, Hauke, wie geht's dir damit, wenn du mit solchen Tutorials plötzlich konfrontiert wirst, wenn du sowas siehst? Also ich krieg da mega ein Föhn bei, ähm, denn es ist ja nicht nur so, dass das nicht funktioniert, sondern es ist ja mit, mit schwerer Enttäuschung und Selbstverwürfung verbunden. Das heißt, dir sagt jemand halt, pass mal auf, das, das kann jeder, mal drei Minuten non-metallic metal, Alter, persönlich hier Grauton, Grauton, weiß und schwarz und dann geht das los und dann machst du das genauso, wie das dir da vorgetragen wird und das sieht aus wie Schrott. Richtig. Und dann sagst du, das mach ich nie wieder. Da bist du so enttäuscht, weil du sagst, alle anderen können das, wieso kann ich das nicht? Das, das, das finde ich hoch, hochgradig unseriös, in Klammern, der, der, der Grund, kann jeder, ist ja um Klicks zu generieren halt, nur um sich abzusetzen, hier mein Tutorial bringt es dir bei, Alter, ich bin der Marktführer, was Tutorials und Lehrkraft hat, betrifft, das ist nicht in Ordnung. Ähm, ähm, ich, ich finde gerade, also ich persönlich tue mich mit Malen ja auch, echt schwer, ne, also mir fällt das echt alles andere als leicht und ich, es fällt mir auch wirklich schwer, mich fortzuentwickeln, um mal neue Technik auszuprobieren, aber dann wünsche ich mir wirklich einen, einen ehrlichen Lehrer und keinen Idioten, keinen Hayopay, sondern wirklich jemand, der das kann und der das auch versteht, der das mir auf meiner Erklärungsebene entgegenbringt. Ich weiß nicht, Pibi, du hast das im Vorfeld schon mal angesprochen, aber geile, geile Tutorials sind solche wie von Soriastro. Da wird nix versprochen, da wird dir einfach nur was gezeigt. Genau. Das wäre ein, ein leuchtendes Beispiel, was ich jetzt auch ganz gerne anführen würde, ne? Soriastro ist einer, der hat mich begleitet, ich weiß nicht seit, ich glaube, seitdem er Star Wars Legion bemalt hat. Und, ähm, wenn man so seine Figuren sieht und auch seine Entwicklung, ne, von wegen so, hey, er hat immer nur eine Figur gemalt und mit einer Farbe und dann hat er einfach mal versucht, so ein, so ein Edge-Hightlight drauf zu setzen, das sah gut aus. Und mittlerweile macht er ja, boah, äh, OSL-Effekte und, äh, macht auch Hilfe von, was ich, äh, schwarz-weiß und, keine Ahnung was, einfach so ein Non-Metallic-Metal und so weiter und so fort. Der hat sich echt weiterentwickelt und trotzdem sind seine Videos für mich immer noch sehr, sehr nachvollziehbar, so wie er es erklärt und sagt dann wirklich Step for Step, pass mal auf, also du kannst die und die Farbe mischen und dann trägst du das so und so auf und er lässt sich da auch wirklich Zeit für. Oder, äh, Mediocre-Hobbys zum Beispiel. Auch so ein Typ, die erklären das wirklich, wirklich gut. Aber wo ich wirklich die Krise beikriege, ist einfach dieses von wegen, ey, ist doch kein Problem, setz dich doch einfach hin und dann machst du das einfach, nimmst Pinsel in der Hand, machst da Lülle drauf und schon geht das richtig ab. Nein, das funktioniert eben nicht und dieses, diesen riesigen Frustfaktor, ne, den du da gerade angeschrieben hast, Hauke, das ist genau das, was bei mir passiert ist, wo ich zwischendurch echt gesagt habe, boah, nee, ey, komm, weißt du was, Haut bemalen oder irgendwie sowas. Ich habe irgendwann Figuren in die Ecke geschmissen, habe einen Rechner runtergefahren und bin einfach irgendwie völlig enttäuscht und sauer bin ich einfach nach unten gegangen, habe gesagt von wegen so, boah, ey, so ein Scheiß, ich kriege niemals vernünftige Hauttöne hin, ich kriege niemals vernünftiges Metall hin oder irgendwie solche Sachen und ich bin es leid, mir diese Videos anzugucken, wo es einfach nur heißt von wegen so, hey, das ist total einfach und setze dich einfach mal drei Minuten dazu und ich zeige dir, wie deine nächste Golden Mini aussieht. Leck mich am Arsch. Ja, da finde ich zum Beispiel die Tutorials von Monument Hobbies selber auch noch echt sehr, sehr ansprechend, zumindest für mich persönlich. Mir haben die sehr geholfen, weil die auch so sind, die versprechen gar nichts, sondern da wird einfach nur gesagt, okay, über das Thema reden wir jetzt heute und ich zeige euch mal alles dazu, was ich darüber weiß. So ungefähr fängt es ja immer an da. Worum geht es heute? Jo, alles klar, fangen wir mal mit an. Das finde ich halt auch sehr gut gelöst, sage ich mal so, vom Stil her und dann gibt es halt auch immer noch, was ich halt auch genauso wie diese, ja, die und die Technik, total easy, so finde ich halt auch viele vermeintliche Speedpainting-Videos oder Techniken häufig, die man so online findet, auch häufig eher fehlgeleitet, weil was man vielleicht sagen, was man vielleicht titeln könnte bei diesen Videos wäre Speedpainting-Techniken für Profis. Das würde ich durchgehen lassen. Aber wer guckt sich denn Tutorial-Videos an? Profis oder Einsteiger? Und das finde ich dann auch manchmal, wo ich sagen muss, also das ist dann auch fehlgeleitet, auch wenn dann da vielleicht Techniken eingesetzt werden, die für einen langjährigen Hobbyisten selbstverständlich sind und die werden dann halt nur anders kombiniert, ist das häufig so, dass wenn dann, weil gerade die Leute, die neu ins Hobby kommen, die vor dieser Hürde stehen, mit dem Bemalen, das kann ja sehr, sehr gut eine Riesenhürde sein, die sich dann so denken, puh, ich will aber nicht 20 Stunden an einer Figur sitzen, sondern ich will vielleicht 20 Stunden maximal an der ganzen Lamee sitzen, die dann so Speed-Tutorial-Videos sehen, wie zum Beispiel hier, der heißt Marco Frisioni. Oh ja. Der macht mega gute Videos, ich finde die auch super, aber ich finde die vermeintlichen Speed-Painting-Techniken, die er da anbringt, das sind halt solche Voll-Profi-Techniken, wo man erstmal wirklich ein Tutorial zu jeder einzelnen Technik eigentlich erstmal braucht, bevor man die in der Kombination zum Speed-Painting einsetzen kann. Und das sind immer so Sachen, ja, die halt falsche Versprechungen machen, meiner Meinung nach, genau. Ich denke, man muss sich darüber klar sein, dass Figuren anzumalen genau das Gleiche ist wie alles andere im Leben. Nämlich ist es ein ernsthaftes Problem und für ein ernsthaftes Problem gibt es auch eine ernsthafte Lösung und keine Abkürzung. Und wenn man glaubt, dass man sich nur genug komische Tutorials im Internet angucken muss, um es dann zu können, dann liegt man falsch. Zum einen ist es dann so, dass man die ganze Zeit irgendwelche Tutorials guckt, aber nicht malt und letztendlich aber auch nicht viel schlauer ist. Denn wenn ich ein Problem lösen möchte, dann brauche ich letztendlich in letzter Konsequenz brauche ich einen Lehrer. Aber ich brauche einen Lehrer, der mir erklärt, wie das geht. Nicht 30. Zu viele Kirche verderben den Brei. Das heißt, aus meiner Sicht ist es sinnvoll, sich ein Tutor herauszusuchen von allen möglichen Leuten, die es dort gibt im Internet, dessen Art, dessen Didaktik, einem liegt, wo man sagt, das gefällt mir, das verstehe ich, damit komme ich klar, die Stimme gefällt mir, die Art und Weise, das Ergebnis gefällt mir. Zum Beispiel ich, Dana Howell. Dana Howell ist mit Sicherheit eine gute Künstlerin, eine gute Malerin. Ich komme damit überhaupt nicht klar, denn ich habe nicht vor, Figuren bunt anzumalen wie aus dem Tuschkasten, sondern ich will die 40K-mäßig anmalen. Das ist halt ein anderer Ansatz. Das schmälert ihre Leistung überhaupt nicht, aber das wäre für mich der falsche Tutor. Und der richtige Tutor ist aus meiner Sicht ist genauso jemand wie Soriastro halt. Es ist ganz ruhig, ich sage halt, dann nimmst du das dir und sprühst das weiß an. Dann machst du das so. Dann machst du das so. Dann machst du das so. Und dann ist es halt gut. Die Jungs vom Hobbyisten-Podcast haben das mal wunderbar herausgearbeitet. Die haben halt gesagt halt, dir ist nicht damit geholfen, wenn du einfach den ganzen Tag irgendwelche Tutorials guckst und von verschiedenen Leuten oder so, konzentrier dich auf eine Sache, ein Problem und das dann systematisch abarbeiten. Das Problem lösen, dann das nächste Problem lösen und sich hier immer einen vernünftigen Lehrer suchen. halt. Und so wird halt ein Schuh draus halt. Und nicht auf irgendwelche marktschreierischen Angebote halt. Wir erklären das sofort. Non-Metallic Metal in drei Minuten, Alter. Jeder Idiot kann das. Ja. Aber wie Phil sagt, jeder Idiot, der Profi ist. Weil ich bin auf das Problem gestoßen, als ich meine Star Wars Legion Minis bemalt habe. Und ich stand da wirklich vor und hab mir gedacht, okay, alles klar, du hast hier einen Haufen von Farben. Und ja, vielleicht auch zu viel Farben, dass man auch vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Aber ich stand wirklich davor und hab mir überlegt, okay, alles klar. Ich hab jetzt hier, ich guck jetzt mal eben rüber. Ich hab da so einen Luke Skywalker, hab ich da. Okay, alles klar. Okay, jetzt könnte ich mir natürlich alte Bilder raussuchen, wie er dann damals irgendwo in seinen Episoden dann angezogen war und so weiter und fang an, den so zu bepinseln. Aber irgendwie fehlte mir so dieser Punkt, so diese Inspiration so von wegen, hey, du fängst so und so an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal steht man da einfach vor und weiß einfach nicht von wegen so, okay, das Endergebnis soll so und so aussehen, aber ich weiß nicht, wie ich anfange. Und da bin ich wirklich bei so Rastro drüber gestolpert und ich hab mir das angeguckt, so hier so Painting Luke Skywalker oder irgendwie sowas für Star Wars Legion. Und da hab ich gesagt von wegen, okay, alles klar, schauen wir uns das mal an. Und der ist da so locker, ist der da durchgegangen. Ich konnte mir das Video klar pausieren und konnte dann sagen so, hey, alles ist cool. Und als ich dann mal auf seiner Internetseite gewesen bin, hab ich gesehen von wegen, hey, der hat sogar PDF-Tutorials im Angebot. Und das hab ich mir runtergeladen und hab danach meine Star Wars Legion Minis bemalt. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen von wegen so, hey, das hat mir echt, echt gut getan. Einfach so dieses Step by Step malen nach Zahlen, einfach mal zu sagen, hey, du machst das jetzt einfach. Und, ähm ... Und die gab's for free? Die gab's for free, ja. Total geil. Weil das ist ja eigentlich so was, was heutzutage so die meisten, äh, Patreons dann auch so liefern, ne? Gerade wenn's so Bemalleute sind, die irgendwie ein Patreon anbieten, äh, dass die dann halt auch so, äh, ja, Tutorial-PDFs im Angebot haben und so was halt, ne? Das ist ja heute auch gang und gäbe, sag ich mal, ne? Nee, nee, hat er. Also er hatte, ähm, ich setze dann nachher einen Link hier unter in die Folge. Da könnt ihr echt mal gucken. Das war wirklich für mich so ein, so ein ganz, ganz entspanntes Malen, ohne dass ich mal drüber nachdenken musste. Okay, ja, ist klar. Welche Farbe passt zusammen? Wie kriegst du die jetzt kombiniert? Wie, was musst du wie? Und, oh, das war einfach wirklich malen nach Zahlen und das war cool. Also, von der ganzen Annahme war es einfach im Prinzip für mich so, hört auf mit diesen, das ist total einfach. Äh, ich zeig dir in drei einfachen Schritten. Hört auf mit diesen Videos. Nehmt die Leute mehr bei der Hand und sagt denen einfach von wegen, hey, wir fangen ganz locker flockig an äh, und guckt das einfach nach. Also von daher, das, das wäre so mein, mein letztes Wort dazu. Hauke, du hast aber noch ein wunderbares Projekt mit am Start, wovon wir jetzt im Podcast auch das erste Mal hören. Ich bin sehr gespannt. Also in, in gewisser Weise Käppen, in gewisser Weise Käppen hörst du das erste Mal davon. Wir fehlen nicht ganz so sehr. Und zwar, ähm, ihr habt Geheimnisse. Dieses, genau. Diesen Sommer ist ja Leviathan halt, ne? Also da, da kommen wir ja nicht raus aus der Nummer, das ist... Leviathan. Und, äh, genau. Ähm, und weil, weil wir halt so mega retro sind, äh, hatten Phil und ich uns halt überlegt, wir müssen auch, wir müssen auch Tyranidenkriege spielen. Mhm. Aber wir wollten One-Page-Schulz nicht mehr als, äh, quasi sinnlose Aufeinandertreffen von Armeen spielen, sondern als Kampagne. Und deshalb spielen wir, ich hab die Aufgabe bekommen, halt eine Kampagne zu entwickeln. Und, äh, das werde ich auch tun. Und wir werden dann aber den zweiten Tyranidenkrieg spielen, nicht den dritten, respektive den vierten, sondern wir spielen das Eindringen der Sparmflotte Kraken in den imperialen Raum. Sehr geil. Und das eröffnet uns die Möglichkeit, dass wir das, äh, natürlich nicht nur Phil und ich zu zweit machen, sondern dass wir das Ganze dann zum Community-Projekt erheben, um natürlich auch den Käpt'n mit einzubinden. Denn, äh, ein großes Merkmal der Schwarmflotte Kraken, dass ja im Jahre, da will ich kurz gucken, das ist doch extra notiert, ähm, 993 M41 in den imperialen Raum eingedrungen ist, in Klammern 93 entspricht der Jahreszahl des Erscheinungsjahres, also 1993. Die haben ja auch eine, eine Craftworld angegriffen, Yandern. Und das ist doch genau der, 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 die Überlegung Piwi, dass du auch mit ins Boot kommst halt, dass wir die Kampagne letztendlich etwas ausweiten. Und deshalb möchte ich die Community halt auch bitten, ich denke, wir werden einfach einen eigenen Kanal im Discord machen und jeder, der Bock hat, äh, an der, ähm, am zweiten Tyrannienkrieg sozusagen teilzunehmen, möge sich dort bitte kurz mal anmelden und kurz annoncieren, mit welcher Armee er spielt. Und ich möchte darum bitten, also grundsätzlich kann man natürlich mit jeder Armee spielen, aber das ist im Prinzip nicht das Projekt. Ähm, das Projekt ist halt, dass wir auf der einen Seite die Tyranniden haben, auf der anderen Seite das Imperium, die Älder. Und wenn mir einer mit einer guten Begründung kommt, warum er Orks hat, dann auch das halt. Ähm, aber dann werden wir es eintüten. Die Kampagne, die Kampagne wird, wird, ähm, vom Prinzip her so aussehen, dass sie aus drei Spielen besteht. Und, ähm, damit sie halt auch abhandelbar ist. Weil ich denke, das kriegt jeder hin, sich mit seinen Kumpels irgendwie zu treffen. Bei mir wäre das halt direkt Phil, bei Piwi wäre das vielleicht noch Verior oder wer auch immer da halt ist. Und das Ganze ist natürlich für OPR geschrieben dann, ne? Also, wir haben hier Figuren, wie in der, in der Potti-Folge gesagt halt. Wir haben hier Figuren und Fluff von 40k, aber Regelwerk OPR. Und, ähm, das nur mal so als Hinter, Hintergedanke, sich schon mal so langsam drauf einstellen. Ich denke, nach den Sommerferien geht das dann los halt. Supergeil. Und jetzt gerade, wo du das sagst, habe ich, ähm, am Discord ein bisschen rumgeschraubt und habe dort einen Text-Channel unter Community-Projekte den zweiten Tyrannienkrieg ausgerufen. Und von daher, wir sind sehr gespannt, äh, ich jetzt auch. Und da werden wir auf jeden Fall mitmachen. Und ich bin sehr gespannt, was das wird. Uh, großartige Geschichte. Cool überlegt. Freut mich. Genau. Digitales High-Five. Genau. Yeah, man. Ja. Bro-Fist. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Vielleicht, ähm, ah, nee, ich behalte jetzt meine Ideen für mich. Das, äh, das klären wir dann im Discord. Also, wenn ihr Bock drauf habt, da mitzumachen, dann kommt auf unser Discord-Link, findet ihr auch dementsprechend bei uns auf der Seite oder hier unten im Beitrag. Das würde mich interessieren. Sehr geil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir haben mittlerweile die 2-Stunden-20-Marke geknackt und ich finde, unsere Kantina muss jetzt auch mal ein bisschen gereinigt werden und deswegen hätte ich jetzt fast gesagt, planen wir jetzt mal hier den Rausschmiss. Also, ihr habt gesehen, dass es wieder einiges zu erzählen gab hier bei uns, bei den Dice to Nauts im gesamten Team und darüber hinaus noch auch und ihr werdet auch über den Juli hinaus nicht nur mit unserer Kantina-Folge verwöhnt, sondern wie gesagt, wir haben noch zwei besondere Folgen für euch, die wir dann nach und nach veröffentlichen werden. Wir sind erst mal jetzt in der Sommerpause. Wir hören uns vielleicht irgendwie dann so ab August hören wir uns dann mit einer neuen Folge dann wieder, aber wir machen jetzt erst mal Ferien, wir machen Urlaub, wir legen die Füße hoch, Hauke muss noch sein Fass austrinken. Wie weit bist du? Was hast du gesagt? Ich sag mal, mehr als ein jämmerliches Drittel habe ich nicht geschafft. Ja, also ich finde, wir müssten auch mal eben so ein 5-Liter-Party-Fässchen-Dosen-Stechen machen, damit wir auch alle ein bisschen, ne, angeschickert in die Ferien gehen. Das wäre doch mal eine geile Nummer, Alter, ey. Muss man mal machen. Pivi, ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal Dosenstechen gemacht habe. Ja, es wird Zeit, Hauke. Aber ich glaube, ja, das mache ich gleich, wenn wir aufgehört haben. Gehe ich in die Garage und steche mal eine schöne Dose mit dem Schlüssel, ey. Schönes Hansapilz oder sowas. Lecker, lecker. So muss das. Gut. Im Zweifel machen wir das mit den Jungs von meinem Imperator nichts Neues am nächsten Samstag, ey. Aber das ist auch ein ganzer Tag dann. Bring die Jungs nicht auf Gedanken, ey. Ich glaube, die kommen wirklich mit so acht Dosen Hansapilz oder irgendwie sowas um die Ecke und dann heißt es von wegen so, hier, hau weg, die Scheiße. Eieieiei. Ich würde sagen, die Aktion ist schon eingetütet. Ich glaube, jetzt ist es zu spät für nicht. Ja, ich glaube, aus der Nummer komme ich jetzt einfach raus. Okay, wir wünschen euch schöne Ferien, schönen Urlaub. Lasst mal ein bisschen was von euch hören. Macht mal so in den sozialen Netzen so Hashtag Dysonauts. Das wäre vielleicht mal eine ganz coole Nummer. Wir gucken dann zwischendurch mal rein, was wir da so finden. Schreibt uns Nachrichten, schickt uns Sprachnachrichten, haut irgendwelche Kommentare hier unter die Folge. Ihr wisst von wegen, wir stehen auf den Austausch mit euch über die Themen und lasst ruhig mal so ein paar Gedanken von euch auch mit zur heutigen Folge hier einfließen. Das hilft uns allen. Und ansonsten sage ich Phil, Hauke, vielen Dank, leg die Füße hoch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschö, tschö. Tschüss. Ja, auch von mir eine wunderschöne Ferienzeit, auch wenn ich da selber nichts von habe. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und kommt auf den Discord und bis zum nächsten Mal. Tschüss. oa, oder? Du bist in��heit, Orірungsos. Oh shit. шееin. erdude. ajuda riesig Sagtäns. PERA. Ja, personscellent ist sorry. mois Miles Touss. Vielen Dank.